Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken. Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Filmfrühstücks auf filmtoast.de. Mein Name ist Kenan und ich begrüße euch heute zum Joker Double Feature. Heute werden wir nämlich über Joker und den neu erschienenen Joker Fully Adieu reden. Die heiß erwartete Fortsetzung, die jetzt Musical angepriesen wurde, fünf Jahre nachdem der erste erschienen ist. Das mache ich natürlich nicht alleine und werde heute nicht nur ein, auch nicht zwei. Ich werde sogar drei verschiedene Gäste begrüßen dürfen. Dann einmal mir live zugeschaltet aus Köln, den liebe Daniel. Moin Kenan. Dann aus Wuppertal, mir zugeschaltet, ein altbekannter Gast, den wir auch schon letztens bei The Substance zu Gast hatten. Marc Schießer. Hallo, hallo. Und einmal unser lieber Freund Timo, den ich jetzt länger nicht mehr bei mir im Podcast hatte, aus Flensburg, glaube ich. Ja, sehr gut, Kenan. Ich verdäuchte schon, jetzt hat er sich bei der Vorstellung um den Ort gerückt. Ja, moin moin aus Flensburg, aus dem höchsten Norden sozusagen. Ja, wir sind quer verteilt. Drei Leute im Westen, einer im Norden. Das ist interessant auf jeden Fall. Mal sehen, ob das heute auch ein 3 zu 1 wird oder ein 2 zu 2, was die Meinungsverschiedenheiten angehen wird in dieser Diskussion. Denn das Thema könnte ja nicht interessanter sein, weil wir über einen der interessantesten Neuerscheinungen des Monats Oktober reden werden. Ein Film, über den man sehr viel diskutieren wird, über den auch gerade schon sehr viele Diskussionen stattfinden. Gerade im Internet zerreißt man sich ja die Münder und ich freue mich, wo es heute auch hingehen wird. Also ich habe große Erwartungen an euch alle, dass wir hier den Wahnsinn auch rauslassen. Aber bevor wir damit anfangen, wollen wir erstmal gediegen einsteigen. Und das Übliche zelebrieren und zwar Filme schauen. Und was habt ihr denn zuletzt geschaut, abseits natürlich der heute zu besprechenden Filme? Daniel, du darfst gerne den Anfang machen. Ich bin jetzt endlich mal so richtig in den Schoktober eingestiegen und habe mir den guten alten Slasher Prom Night aus den 70ern mit Jamie Lee Curtis gegeben. Eigentlich ein Klassiker des Genres, von vielen gefeiert. Und immer wenn ich ihn gucke, frage ich mich, warum eigentlich genau. Weil außer, dass Jamie Lee Curtis da mitspielt, ist es eher so ein recht handsamer Slasher, wo gut eine Stunde auch fast gar nichts passiert. Allerdings mag ich da sehr gerne diese Prom Night Stimmung, diese Highschool Stimmung, die es da ja in Kanada dann, wo der Film spielt, gibt. Deswegen kann ich mir den immer gerne mal zwischendurch angucken, auch wenn es nicht der allerbeste Slasher ist. Aber er würde auf jeden Fall dem Ruf, den er hat, nicht so gerecht. Der ist wahrscheinlich auch durch Scream ein bisschen gewachsen, weil da Prom Night explizit zitiert wird. Bullen kapieren es nicht. Genau. Einmal Prom Night gucken, dann wüssten die, wie es läuft. Aber gut eine Stunde, wo nichts passiert, ist ja vielleicht auch ganz gutes Foreshadowing für noch andere Filme, die in dieser Folge besprochen werden könnten. Ja, dann wunderbar. Eine finale Frage noch dazu. Hilft denn Prom Night, um wirklich den Killer in Scream herauszufinden? Nein. Okay, schade. Danke, Randy, dafür. Ja, sehr gerne. Ja, Marc, wir hatten ja schon im Vorgespräch gehabt, dass du auf dem Filmfest in Hamburg unterwegs warst. Und da würde mich natürlich interessieren, welchen Film, den du dort gesehen hast, würdest du an das Publikum oder an unsere Zuhörenden weitergeben, den sie sich unbedingt anschauen sollten? Weder im, also entweder, wenn er im Kino erscheint oder im Streaming. Mensch, jetzt habe ich gestern Nacht extra noch It's What's Inside auf Netflix geguckt, weil ich den so gerne empfehlen wollte. Aber dann go ich mit deinem Flow und empfehle aus Hamburg auf jeden Fall The Assessment, eine deutsche und generell europäische Co-Produktion von, ein Regiedebüt von Fleur Fortun, eine französische Werbe- und Musikvideo-Regisseurin, die schon mit Drake und ähnlichen Popgrößen gearbeitet hat. Und ja, für mich tatsächlich eine Riesenüberraschung, weil das für mich der stärkste Film der ganzen Herbstfestivalsaison überhaupt war, muss ich sagen. Also inklusive Venedig und alles andere. Da spielt bestimmt mit rein, dass es dann umso härter hittet, wenn man das halt gar nicht erwartet. Denkt ja, jetzt guck mal hier mal so einen kleinen Film. Witzigerweise hatte meine Firma sogar daran mitgearbeitet. Wir haben für eine Sequenz die VFX gemacht und ich kannte quasi eine Sequenz sehr gut und sonst gar nichts. Und ich wusste auch den Kontext nicht und was überhaupt in dem Film passiert und habe aufgrund dessen gedacht, das wird vielleicht ganz irgendwie nett und war dann total weggeblasen. Also ganz kurz dazu, es ist ein Kammerspiel mit Alicia Vikander, Hemish Patel und Elizabeth Olsen in der Hauptrolle. Das spielt in einer nicht genauer definierten Zukunft und es geht darum, dass in dieser dystopischen Zukunft das Kinderkriegen illegal ist. Und wenn man ein Kind haben will, muss man ein Assessment durchlaufen und bekommt eine wahnsinnig unangenehme Frau in Form von Alicia Vikander nach Hause geschickt, die einen sieben Tag lang assassin wird. Und das Ganze ist, finde ich, wahnsinnig vielschichtig, streift diverse super interessante Themen, sehr viele Umweltthemen, aber auch ganz viele Themen zum Kinderkriegen, zu Paarbeziehungen und zu vielen anderen Sachen. Funktioniert aber auch neben so einem philosophischen Deep Dive, finde ich wirklich einfach an der Oberfläche total gut als spannendes Dialogfeuerwerk. Zwischen drei super interessanten Figuren und legt immer wieder neue Richtungen ein. Ja, ich hab's total genossen. Es werden viele Erinnerungen an Ex Machina wach, nicht nur wegen Alicia Vikander. Das Ganze hat auch irgendwie so eine ähnliche Struktur und es spielt wieder in so einem futuristischen, stylischen Future-Bau in der Natur. Und ja, da das ein recht kleiner Film ist, der, glaube ich, leider ein bisschen, befürchte ich, untergehen könnte, weil Amazon hat den weltweit gekauft. Und ich befürchte, dass der ein bisschen zu anspruchsvoll fürs normale Amazon Prime Audience ist und die den jetzt nicht so groß promoten werden. Nur in Deutschland wird der ins Kino kommen. Wahrscheinlich wegen der deutschen Produzionszimmer Augenschein, die den gemacht haben. Und es ist irgendwann nächstes Jahr im Frühjahr, März, April oder so. Aber er läuft jetzt auf dem Cologne Filmfest. Also, wenn ihr im Raum NRW seid, dann würde ich den super empfehlen. Ich hab den jetzt vielleicht ein bisschen zu krass gehypt, aber besser, als wenn er untergeht. Wie gesagt, ich fand, das war ein wahnsinniger Genuss, dieser Film, auf so vielen Ebenen und unglaublich unterhaltsam. Und man nimmt super viel mit und kann dann super schön diskutieren. Und Alicia Vikander wäre tatsächlich für mich bisher beste Nebendarstellerin des Jahres, wenn ich das entscheiden würde. Also, ja, warme Worte auf jeden Fall für den Film The Assessment. Vielen Dank dafür. Und ja, ich bin dann dementsprechend sehr gespannt. Ich versuchte in den Köln dann auch beim Festival mal mitzunehmen und zu schauen, was da wirklich kann. Weil ich hatte auch schon gehört, dass in Toronto ganz gute Stimmen erhalten hatte. Und jetzt natürlich mit den Stimmen aus Hamburg könnte vielleicht ein kleiner Sleeper-Hit werden. Zumindest was die Qualität oder was die Kritiken angeht. Da bin ich sehr gespannt. Timo, wie sieht's bei dir aus? Ich muss einmal investigativ werden, Marc. Bevor uns RedakteurInnen aus der eigenen Redaktion oder auch die Bubble-Freaks auf den Leim gehen, besser noch als Anora oder hast du den noch nicht gesehen? Nee, den hab ich leider verpasst. Ich glaube auch, dass Anora wahrscheinlich noch in der Ecke stärker ist. Aber das ist, nee, leider nicht gesehen. Man kann sich Luca wieder beruhigen aus der Reaktion, ist doch alles gut. Ich habe zuletzt gesehen, neben Joker-Folie-Adeux und dem ersten, hab ich mir, ich hab wenig gesehen in letzter Zeit. Ich hab, da kann ich noch nicht drüber sprechen, weil ich da aus der PV raus musste, damit ich Joker-Folie-Adeux gucken kann. Ich hab ungefähr zwei Drittel von The Apprentice gesehen. Ich muss auch kurz überlegen, ob ich darüber schon reden darf. Ich glaub, ja. Der lief auch in Hamburg. Genau, also ich glaub, der lief sogar am gleichen Tag. Und ich hab aber vormittags die PV versucht, noch reinzuquetschen, aber merkte irgendwann, das wird zeitlich eng. Ja, will da noch nicht viel drüber reden, weil abschließendes Urteil, erst nach der vollen Sichtung. Aber vielleicht noch so viel, also Sebastian Stan, den ja auch Daniel vor kurzem, genau wie ich, in A Different Man gesehen hat. Also ist schon beeindruckend, wie wandelbar er sich momentan gibt. Also Hut ab. Ansonsten hab ich auf Netflix in Sachen Dokuserien, hab ich die, ich glaub Kenan hat sie auch gesehen, ich weiß nicht, hab Daniel auch die gesehen hat. Die Mac-Man oder Mr. Mac-Man-Doku-Serie gesehen, über den ehemaligen WWF und WWE, ja, großen Zampanovins Mac-Man. Die aber im Endeffekt für jemanden wie mich, der sich ja über die Jahre so ein bisschen da doch, ja, nicht reingefuchst hat, sondern damit ja aufgewachsen ist, hatte die jetzt nicht den größten Mehrwert, weil man doch vieles so, ah ja, so kenn ich noch und kann mich noch dran erinnern. Da weckte das eher nostalgische Gefühle. Dann hat's einerseits auch so ein bisschen Beigeschmack, dass Netflix so ein bisschen sagt, guck mal, das hier, ne, diese ganze, diese ganze sechsteilige Doku, ja, das ist die Vorgeschichte. Und jetzt haben wir das gekauft. Und jetzt ist das unser Content. Und dann kommt natürlich andererseits die, ja, Aktualität, die da rübergefegt ist mit den Vorwürfen gegenüber Vince McMahon, der da diverse Prozesse und diverse, wie hast du schon, NDAs mit Straf- beziehungsweise mit Schweigegeldzahlungen in Millionenhöhe dort anhängig hat. Und der, quite frankly, da auch so ein bisschen den Eindruck macht, also klar, das hat immer so dieses Verschwimmende zwischen Realität und Fiktion, aber bei ihm kommt dann, finde ich, erschwerend hinzu, dass man irgendwann so das Gefühl hat, das, was da in der Fiktion fiktiv sein soll, ist eigentlich gar nicht mehr so richtig fiktiv. Und dann bekommen diverse Szenen einfach so einen, wie ich finde, sehr, sehr faden Beigeschmack. Aber war durchaus interessant zu sehen. Für diejenigen, die mit Wrestling an sich nichts am Hut haben, ist das vielleicht sogar besser guckbar als für Leute wie, ich glaube, Kenan, Daniel und mich, die da doch so ein bisschen in der Materie drin sind. War halt ganz nett, aber ich glaube, in ein paar Jahren, wenn dann die Fakten vielleicht nochmal auf den Tisch kommen, was diese ganzen Allegations angeht, wird das nochmal deutlich interessanter sein. Jo, da kann ich mich auch nur anschließen. Ich habe die richtigerweise, wie du gesagt hast, auch gesehen und ich habe auf Letterboxd auch geschrieben, eigentlich sollte man sich die mal angucken und generell, Leute sollten mal ein bisschen die Wrestling-Geschichte der 80er, 90er, 2000er so ein bisschen studieren, dann kriegt man eigentlich ein ziemlich gutes Bild von der amerikanischen Gesellschaft mit, weil eigentlich ist Wrestling genau die Sportart, die es eigentlich am besten ausstrahlen kann. Und Mr. McMahon ist halt so eine Public-Figure, die einfach total über allem thront und die endlich mal verwundbar geworden ist dadurch, weil, naja, man hat sich ja Jahrzehnte schon über ihn und seine Art und Weise, wie er Business betreibt und was für ein Mensch er ist, schon zuhauf geärgert und sich gedacht, wie ist der eigentlich noch überhaupt in einer Macht? Naja, Netflix hat ganz klar geclaimt, dass sie damit halt die Produktion gestartet haben, bevor die Allegations kamen und ich bin mal gespannt, wie das geht. Also der interessanteste Aspekt des Ganzen ist noch wirklich, und das sind ja dann eher so die Zwischentöne, wenn man dann über die doch eher, also früher war es ja so, das wisst ihr auch, wenn ihr ein bisschen in der Materie drin seid, in der WWE wurde nicht über Vince McMahon's Vater gesprochen, der ja auch Vince heißt. Ja. Und wenn man von einem Käfigdach auf einen Tisch runterspringen muss und dann Backstage sich dann quasi diesen Shoulderpad und diese Umarmung von seinem Vater verdient hat, für die nicht sehenden Anführungszeichen oben und man denkt so, ja okay, ging's nicht auch einfacher, hätte man das nicht auch einfacher so als Family Business dann machen können. Und wie oft diese Phrase kommt, das war eine Business-Entscheidung oder it's just business, das ist dann manchmal schon ein bisschen ekelhaft. Aber, du sagtest das richtig, dieser Spiegel auf der amerikanischen Kultur, ich fand ihn fast ein bisschen zu übertrieben, aber wenn man sich dann auch vorstellt, dass vor ein paar Jahren Donald Trump da auch in einer Fede involviert war und wir mittlerweile darüber sprechen, dass er vielleicht als Präsident wiedergewählt wird, ist das schon, ja, bizarr erschreckend. Fügen sie hier ein passendes Adjektiv ein, ich weiß es nicht. Ja, für Marc auch nochmal, stell dir einfach Succession im Wrestling-Business vor. Ja, guter Vergleich, ja. Es ist ja wirklich auch so, dass die Realität Succession mittlerweile eingeholt hat, ne? Wo du da gesessen hast, teilweise in den Staffeln und dachtest dir, ah, ist das vielleicht nicht doch ein bisschen zu überspitzt, aber mittlerweile, was so über die Murdoch-Family rauskommt, über die McMahon-Family, wie das bei der WWE lief, das ist halt wirklich eins zu eins. Also, als wenn Vince McMahon teilweise die letzte Staffel Succession gesehen hätte und hätte sich gedacht, oh, das kann ich eigentlich auch mal machen. Das hat er dann wirklich ein Jahr später alles durchgezogen, also wirklich krass. Entweder das oder dieses, oh, scheiße, das, wenn die das jetzt, also, wenn das jetzt, wenn die merken, dass das mein Leben ist, dann hab ich ein Problem. So dürfen wir das nicht machen, das muss unter den Teppich. Genau. Ja, sehr bizarr auf jeden Fall. Wie gesagt, an alle, die sich gar nicht damit auseinandergesetzt haben, schaut gerne rein, das ist eine sehr bizarre Welt, die ihr betreten werdet und dann irgendwann mal realisieren müsst. Und die ist gar nicht, die Fiktion und die Realität, die vierte Wand ist, glaube ich, in keinem Entertainment-Produkt so zerbrechlich wie in diesem Sport. Alles klar, dann danke ich euch erstmal für eure Eindrücke. Ich mach's, ich halt's bei mir ganz kurz. Ich hab gestern Shadow, The Company of the Wolves gesehen von Neil Jordan, ein Regisseur, den ich sehr interessant finde. Zumal er auch damals in den Anfang 90er für Crying Game den Drehbuch-Oscar gewonnen hat. Einen Film, den ich ja immer wieder Leuten vorschmeiße und sage, hey, schaut euch mal an, der ist ein super interessanter Film für Drehbuch-Exercises, wie man halt gewisse dramaturgische Entscheidungen treffen kann. Und Company of the Wolves ist ein märchenhafter Horrorfilm, der sich ein bisschen mit einem subversiven, feministischeren Zug aufs Rotkäppchen-Abenteuer aus dem Jahre 84 dann stürzt. Und darunter noch eine etwas jüngere Angela Lansbury noch mitgespielt hat. Mochte ich sehr von der Atmosphäre, hat eine sehr, sehr tolle Masken- und Effektarbeit gehabt. Gerade in den ersten Minuten wird man in eine sehr spannende Welt reingezogen. Sehr verkopfgedacht, sehr künstlerisch auch gedacht. Gerade auch für Neil Jordan, der eigentlich eine sehr interessante Filmografie auch hat. Interessantes Werk zu der Zeit, bevor er dann ein bisschen sich rumwechselt zwischen Action, Thriller, Dramen und auch wieder eine Rückkehr zu Horror. Kann ich denen aber gerade für die Halloween-Season doch jeden ans Herz legen, weil der eigentlich so einen richtig guten Oktober-Vibe einfach einfängt. Und gerade wenn man dann abends regnet oder im schlimmsten Fall schneit schon im Oktober, schaut man sich das dann an und spürt dann schon ein bisschen den Effekt für die Halloween-Season. Also immer wieder ein Film, den ich da jedem ans Herz legen würde dafür. Und gerade wenn man einen interessanten Beitrag auch fürs Werwolf-Genre auch haben möchte, ist das gar nicht mal so verkehrt dafür. Genau, das ist ein kurzer Eindruck von meiner Sicht Erlebnis. Und bevor wir dann nochmal jetzt dann zu den Filmen Joker einsteigen wollen, möchte ich das einmal einmal kurz anreißen als Frage einfach nur, weil die Filme selbst nicht so viel mit der Figur Joker an sich, also der Comicfigur zu tun haben. Würde ich trotzdem einfach mal gerne eure Meinung dazu hören, wie fandet ihr, oder was haltet ihr generell von der Figur Joker, als ihr auch damals gehört habt, okay, jetzt kommt dieser Joker-Solofilm raus. Man hat ja jetzt bis dahin schon vier verschiedene Versionen oder fünf verschiedene Versionen von Joker gehört. Cesar Romero, Jack Nicholson, Mark Hamill, Heath Ledger, Jared Leto und so weiter und so fort. Hattet ihr besondere Bezüge zur Figur gehabt? Habt ihr sie faszinierend empfunden, spannend empfunden? Trilalala und so weiter und so fort. Mark, wie sieht's bei dir aus? Nö, total lang. Ich kann gar nicht verstehen, was man an ihm findet. Hab mich immer eingeschlafen, wenn der zu sehen war. Nee, es ist natürlich, also stating the obvious, wenn man sagt, natürlich einer der ikonischsten Bösewicht-Figuren, die sich durch alle Medien irgendwie, die mit Batman zu tun haben, ziehen. Und Batman ist für mich auch immer irgendwie der Held gewesen, der immer überschattet wurde von eigentlich seinen Bösewichtern. Also schon als Kind aufgewachsen mit den Burton-Filmen fand ich da immer schon die Bösewicht-Tiguren einfach interessanter. Im Ersten natürlich Jack Nicholson, im Zweiten aber auch Michelle Pfeiffer und Danny DeVito. Und das hat sich für mich eigentlich so durchgezogen und hat seinen Höhepunkt in Heath Ledger gefunden, dessen, ja, was kann man dazu noch sagen, was nicht schon tausendfach gesagt wurde. Das ist nach wie vor eine so dekadendefinierende Performance. Hat auch, finde ich, so einen Trend losgetreten für so sehr exaltiert aufspielende, crazy Figuren, die man nicht so einschätzen konnte. Die so eine magnetische Wirkung auf die Zuschauer haben sollte, immer wenn sie zu sehen waren. Das hat man danach in vielen Filmen gesehen. Ich glaube, auch so was wie die Paul-Dano-Performance jetzt im neuen Batman bezieht sich immer noch auf dieses Gefühl, was man durch so eine Joker-Figur in Dark Knight bekommen hat. Das wurde dann auch noch mal übertroffen von Jed Leto. Nein, natürlich nicht. Darüber legen wir den Mantel des Schweigens. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt überhaupt kein interessanter Take. Aber das ist so, wie ich den immer empfunden habe. Es war schon immer eine wahnsinnig spannende Figur und jedenfalls auch so trotzdem eine, die die Notwendigkeit zum Gegenpol hat. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal, wenn es um die Joker-Solo-Filme geht. Weil was das Verhältnis so cool macht, ist ja, dass Batman so ein wahnsinnig gebrochener Held ist und so wahnsinnig mit sich im Kampf und in Notwendigkeit, sich zu definieren und sich zu reiben und so. Und Joker ist ja eigentlich total cool mit sich. Also er hat ja eigentlich überhaupt keine Probleme, ein komplett ausdefiniertes Selbstbild, aus dem er agiert. Und das Coole an Dark Knight zum Beispiel ist ja auch, dass Batman ihn nicht aus der Fassung bringen kann. Er ist einfach, Batman könnte jederzeit kippen und vom Joker endgültig auf die andere Seite gezogen werden. Aber Joker ist ja in sich so gefestigt und so unangreifbar, weil er so enigmatisch ist und so verrückt. Und, finde ich, auch viel seines Reizes dadurch bekommen hat, dass man nie wusste, woher kommt er eigentlich, wie ist er so geworden, sondern einfach so war. Oder in einigen Interpretationen war das so. Und ja, dieses Verhältnis zu diesem Gegenpol erzeugt irgendwie diese Dynamik, die, glaube ich, dafür sorgt, dass das was ist, wo wir jetzt seit tausend Jahren immer wieder drauf zurückkommen. Und ohne den Gegenpol fehlt, finde ich, ein bisschen was. Aber ja, das, so sehe ich, habe ich das empfunden. Schön gesagt, nächste Frage. Ich wollte gerade sagen, irgendeiner von euch da was hinzuzufügen? Ich würde noch ergänzen, dass ich in den letzten Jahren vor dem Joker-Film ein bisschen Joker-müde war, weil jedes große Franchise ja immer dieses Backup hat, wenn irgendwas mal nicht funktioniert oder wenn wir in einem kleinen Loch stecken, dann holen wir was raus. Bei Star Trek sind es zum Beispiel die Borg, immer wenn irgendwas, keine Ahnung, wenn uns nichts mehr einfällt, wenn wir Zuschauer brauchen, dann holen wir die Borg wieder zurück. Und bei Batman war es halt immer Joker. Und da ich ja in diversen Medien unterwegs bin, sei es jetzt Comics, sei es jetzt Videospiele, sei es jetzt dann Filme, war es halt irgendwann so, dass der Joker ein bisschen zu oft aus dem Hut gezaubert wurde. Dann war er auf einmal in den Spielen der Hauptbösewicht. Dann kam eben Heath Ledger's Joker mit dazu. Dann hat man sich dann eben auch bei den DC-Jude-Verfilmungen danach auch wieder schon recht auf Joker fokussiert, mit Jared Leto mit dazu. Und dann war ich schon an einem Punkt, wo ich dachte, ach komm, jetzt nicht nochmal einen Film über den Joker. Das heißt, irgendwann hat er sich für mich abgenutzt, obwohl er eigentlich so eine Großfigur und ein so großartiger Bösewicht war. Ich mag eigentlich, dass es so viele verschiedene Interpretationen auch gibt. Also ich bin ja ein Cesar-Romero-Kind. Ich bin mit dieser Batman-Serie aufgewachsen und fand den als sehr ulkigen Clown relativ lustig. Dann kam die Nicholson-Performance, habe ich schon mal gesagt. Ich finde, Nicholson schafft so diese Gratwanderung zwischen Wahnsinn und Einschüchterung und gleichzeitig auch diesen Humor rüberzubringen. Es gibt halt Szenen, die finde ich immer noch wirklich richtig witzig, wenn ich Batman von Tim Burton sehe. Dann sagte Mark schon, gibt es wirklich diese ikonische Performance von Heath Ledger, die Nicholson nicht in den Schatten stellt, aber weil sie so anders ist und den Film so an sich reißt, ist das halt einfach so eine Larger-than-Life-Performance. Dann kommt Jared Leto und dann machen wir mal einen Cut, weil ich würde jetzt mal Daniel beipflichten. Auch dann merkt man, ja, es ist ähnlich wie bei Superman und Lex Luthor. Irgendwann denkt man so, ja, es gibt halt immer so diese in Anführungsstrichen Nemesis und irgendwann, finde ich, ist das da ein bisschen auserzählt gewesen. Glaubt ihr denn, dass Barry Keegan jetzt als Joker, dass er da das Potenzial ist, dem noch was groß hinzuzufügen? Oder ist denn überhaupt schon bestätigt, dass er der Bösewicht in Batman, The Batman 2, werden wird? Er wurde zumindest am Ende ja angeteast und in dieser langen Deleted Scene ja auch nochmal mehr gezeigt. Also ich habe da durchaus Bock, muss ich sagen, weil ich finde Barry Keegan einen ziemlich guten Darsteller. Also ich hoffe, dass er so ein bisschen aus dieser Lethargie, um jetzt Nethilethargie zu sagen, diesen schlechten Wort willst du bitte ignorieren, dass er da die Figur wieder ein bisschen, ja, aus dem, nicht aus dem Dreck holen kann, aber dieser Figur vielleicht wieder eine andere, einen anderen Dreh, eine andere Facette noch abbringen kann. Denn da kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Casts zu Joker und Folie Adieu noch zu. Das ist für mich immer noch die Frage, inwieweit das eigentlich ein Joker-Film ist oder ein Arthur-Flagg-Film, der dann einfach dieses Label Joker drauf hat, um auch ein bisschen vermarktbar und kompatibel für unsere DC- und Comic-Nerds zu sein. Also ich hätte schon Bock. Ich bin gespannt, ob das jetzt im zweiten Film dieser von Matt Reeves erdachten, das soll ja wahrscheinlich auch eine Trilogie oder zumindest eine Reihe werden. Ich hätte da schon Bock drauf. Genau, das sind ja auch die Gedanken, die ich jetzt auch schon mal vorab einfach mal ein bisschen von euch hören wollte, weil man muss, wenn man jetzt auch Richtung Joker 2019 von Todd Phillips auch reingeht, merkt man ja auch dann irgendwann, da stecken bis auf kleine Schnipsel eben nicht super viel von der Joker-Figur drinnen, die es letzten Endes, die viele von uns gerade aus dem Comic-Nerdsum halt kennengelernt hat oder aus der Popkultur bisher bekannt war. Das war ein anderer Ansatz, den man verfolgt hat, den viele mochten, viele wiederum nicht mochten, sehr geteilt aufgenommen wurde. Aber insgesamt natürlich schon eine sehr krasse Erfolgsgeschichte 2019 gerade auch jetzt. Wir sind jetzt wirklich so fünf Jahre später, auch zu der Zeit kam der Film ja auch raus, wenn wir jetzt so Aufnahmedatung 7. Oktober haben, ist Joker dann eben gerade, gerade was das angeht, halt sehr spannend geworden. Todd Phillips hat man als Regisseur halt auch nur aus den Hangover-Filmen gekannt. Man hat sich gedacht so vorher, okay, wo werden wir mit dem hingehen? Wir haben natürlich dann nach den Milliarden-Dollar-Einnahmen aus dem Kino heraus, also aus dem Box-Office, den großen Erfolg bekommen. Hawking Phoenix gewann, also sowohl Schauspieler, Hauptdarsteller und auch die Musik gewann einen Oscar. Es gab neun weitere Nominierungen, die dazu kamen. Ich meine Joker, eine der wenigen Figuren selbst, die zweimal einen Oscar gewinnen konnte. Das ist natürlich eine super spannende Geschichte, die dazu kam. Wenn ich mich nicht täusche, hat auch Joker den Goldenen Löwen in Venedig damals auch gewonnen. Also das hat dann große Pauken und Trompeten, wurde der Film geschlagen. Und da bin ich einmal gespannt, wo wir uns damit hinbewegen werden. Und ich meine, wir haben dann diese Vorschusslobbyeren auch dann gesehen. Wir haben dann den Nachhall auch dann mitverfolgen können, die ganzen Debatten drumherum. Und da möchte ich mich eigentlich heute auch versuchen, bevor wir über Foli Adel reden, auch ein bisschen über die Faszination, diesen Mythos Joker 219 halt so ein bisschen reden, der sich in den letzten fünf Jahren aufgebärrt hat, vor allem gerade im ersten Jahr nach Erscheinen des Films, wie gerade auch verschiedene Debatten geführt wurden. Aber zuallererst haben wir es ja schon auch angekratzt. Die Erwartungshaltung war natürlich hier schon, glaube ich, eher gemixt. Daniel, du hast es zum Beispiel schon gesagt, du warst so ein bisschen Joker-müde. Hat das für dich aber, als du dann gehört hast, dass Rocky Phoenix den Joker spielen sollte und als der erste Trailer erschienen ist und du hast schon gesehen, okay, das ist ein dreckiger Film. Wir haben gerade auch DC, die halt vorher wirklich am Boden liegend, lächzend waren, nach dem Fehltritt von Justice League nach Suicide Squad, nach auch den sehr, sehr gemischten, fatalen Kritiken, die auch Batman wie Superman erhalten hat, irgendwie ein Franchise, also generell ein Comic-Franchise, was irgendwie am Boden liegend war. Aber hat das für dich dann irgendwie trotzdem Lust erweckt oder war das mehr so ein Ding von, ja, wir schauen es, weil wir es sowieso schauen würden? Nee, definitiv. Also gerade die Fehltritte, die du schon angesprochen hast, in welche Richtung das DCEU sich da damals entwickelt hat, als auch die Tatsache, dass ich großer Fan der Detective Comics bin, also wo es dann halt wirklich ein bisschen düsterer zur Sache geht. Ich bin auch großer Fan des The Kling-Joke Comics, der auch ein bisschen blutiger ist, noch mal eine andere Origin-Story des Jokers erzählt. Und da ich da im Vorfeld schon gehört habe, das orientiert sich zumindest so ein bisschen an dem Stil des Comics, es wird ein bisschen düsterer, es wird ein bisschen blutiger, habe ich auf jeden Fall Bock drauf gehabt. Ich habe mir sowieso die anderen Filme auch alle reingezogen, aber ich wäre schon ein bisschen vorsichtiger an Joker rangegangen, wenn ich nicht im Vorfeld gehört hätte. Das wird vollkommen anders als das, was ihr bisher zu Gesicht bekommen habt. Und es wird auf jeden Fall eine Richtung einschlagen und sich vielleicht auch so ein bisschen loslösen von diesem großen Ganzen, was Zack Snyder da versucht hat. Da sind bei mir auf jeden Fall so die Leuchten von Rot auf Grün gewechselt, sagen wir es mal so. Man baut sich ja manchmal, wenn man so Nachrichten hört über Besetzungen und wer da so hinter der Kamera agiert, baut man sich so einen Film zusammen. Und ich hatte, als die Casting-News rauskam, dass Joaquin Phoenix den Joker oder einen Charakter spielt, der zum Joker werden soll und dann auch noch Robert De Niro involviert ist. Und dann hörte sich das für mich wirklich wie eine Komödie an. Und dann baust du dir das natürlich so zusammen, weil Todd Phillips, wie du schon sagtest, Kenan für Komödien steht. Also die Hangover-Trilogie, ich kann mich noch als alter Sack an Oldschool und natürlich auch noch an Roadtrip erinnern, an Stichtag oder Do-Date, wie er im Original heißt. Und dann denkst du, okay, DC, wie du es ja auch gesagt hast, am Boden liegen, verzweifelt, mit so einer Art carte blanche für RegisseurInnen, die sagen, wir haben Bock auf was zu verfilmen, gebt uns ein bisschen Geld, dann machen wir da was. Und deswegen war für mich so die Erwartungshaltung, ich sehe da so eine Art Komödie und so einen spielerischen Umgang und wahrscheinlich so eine Origin-Story, also übliche, so dieses Step-by-Step. Also wie wird denn jemand zum Joker? Und das sehe ich dann. Und ich muss ehrlich sagen, diese Erwartungshaltung war dann aber auch nicht ganz so hoch. Also das ist ja, wie ich finde, immer ein gesundes, man muss da immer ein gesundes Mittel finden, um nicht so, ich mag diesen Begriff ja auch gar nicht, diesen Hype immer zu erliegen, dass man für alles und jeden Film und jeden kleinen Pups hyped ist. Ich war in freudiger Erwartung, war gespannt, natürlich aber auch mit einer gehörigen Portion Skepsis, weil Todd Phillips jetzt, ich habe heute irgendwo gehört, dass der jetzt ja schon immer sehr große Bilder bei seinen Komödien produziert hat. Ja, also große Bilder habe ich jetzt bei seinen Komödien eher nicht so gesehen. Deswegen gespannt und gleichzeitig zu Zwiegespalten, weil man damals ja auch aus Venedig einerseits, wie du sagtest, diese Preisverleihung gesehen hat oder auch mitbekommen hat und gleichzeitig dann ja auch in der Rezeption, gerade in deutschen Medien, da auch so zwei von fünf Bewertungen dabei waren. Und deswegen gemischt, sagen wir es mal so. Marc, wie sieht es bei dir aus? Jetzt mal auch abseits der Erwartungshaltung, einer der großen Selling Points natürlich des Films war auch, glaube ich, das Casting von Hockney Phoenix gewesen, den man dann wieder in der Hauptdarsteller-Performance sehen darf und auch nicht uninteressant klang natürlich das Casting des Jokers. Wie hast du es bewertet, als du davon gehört hast, aber auch gleichzeitig, wie fand sie die Performance an sich? Kann sie auch so jetzt so nach fünf Jahren den Test der Zeit halt auch ein bisschen instand halten, weil ja gerade auch Hockney Phoenix jetzt auch gerade medial natürlich überall irgendwo in den Medien gerade aufzufinden ist und andere größer angelegte Performance jetzt auch verkörpern durfte. Man spricht natürlich von Napoleon im vorherigen Jahr oder Bo is Afraid. Ich hatte damals gar keine besonderen Gefühle jetzt. Ich bin dem recht unvoreingenommen gegenübergetreten, weil das auch eine Zeit war, wo ich total übersättigt war vom Superheldenkino generell und auch das Gefühl hatte, zu der Zeit, 2019 war das so ziemlich alles, was wir überhaupt bekommen haben. Und fand es jetzt gleichermaßen irgendwie cool, dass es wohl eine Adaption gibt, die irgendwie auf alle Spektakel und alles Comichafte irgendwie komplett verzichtet und ein Gritty-Drama ist. Gleichzeitig irgendwie auch traurig, dass wir heutzutage nur ein Gritty-Drama bekommen können, wenn aber trotzdem noch der Name einer Super-Lizenz vorne draufsteht. Und darum habe ich mich da einfach mal so überraschen lassen zur Performance. Die ist natürlich gut. Es ist natürlich eine starke Performance. Und da, glaube ich, würde man sich schon weit aus dem Fenster lehnen, wenn man das dem komplett absprechen würde. Ich persönlich finde Joaquin Phoenix immer eigentlich oder fand ihn früher cooler in diesen crazy Nebenfiguren, die er so zu Beginn seiner Karriere viel gespielt hat, wo auch oft viel Humor dabei ist, sowas wie Science oder diese, finde ich, ziemlich herzerreißende Performance in Gladiator, die, finde ich, auch da irgendwie den Film total an sich reißt. So gut ist er da. So als Leading Man in den letzten Jahren, aber auch, muss ich zugeben, vor allem eigentlich so Post-Joker, bin ich so ein bisschen ermüdet. Er hat so ein sehr monumentales, hier kommt die riesen Mega-Performance, die ist so gelebt, die ist so method. Ich habe schon seit acht Wochen nichts mehr gegessen und ich lebe auch schon in Frankreich und versuche, die Regierung an mich zu reißen, wenn ich Napoleon spiele und so. Und ich finde, das hat sehr viel drumherum, sehr viel Hype generiert, aber ich finde dann in letzter Zeit oft das nicht mehr so wahnsinnig compelling, was er so tut. Und ich mochte Booster Frey, der Film, total gerne. Ich fand jetzt aber auch nicht, dass seine Performance da die Welt aus den Angeln gehoben hat. Und in Napoleon fand ich ihn, ehrlich gesagt, gelangweilt. Gut, kann man sagen, sollte die Figur auch sein. Das war so ein bisschen der Take. Aber trotzdem fand ich die, wie gesagt, halt nicht besonders compelling, einfach nicht besonders mitreißend. Zu Fulia Dua kommen wir später. Ich muss sagen, ich finde, für mich hat sich so ein bisschen die Art der Figuren, die er spielt und die bestimmte Art, wie er sie spielt, in den letzten Jahren etwas erschöpft. Auch wenn es natürlich immer noch ein sehr starker Schauspieler ist. Und ich bin gespannt, was jetzt mit seiner Kehre passiert. Auch, vielleicht wollen wir es kurz anreißen, dieses ganze Todd Haynes-Ding, dass er da in letzter Sekunde aus dem Film ausgestiegen ist, den er angeblich selber eigentlich initiiert hat und die Idee geliefert hat. Und die ganze Produktion kreiste um ihn. Gab es nur wegen ihm, wegen seiner Teilnahme. Und es ist wohl alles zusammengebrochen. Und es war wohl auch überhaupt kein feiner Zug, weil es irgendwie eine Woche vor Produktionsstart war. Und ja, es raken sich ja viele Mythen darum. Und ein Kumpel von mir hat jetzt gefragt, okay, jetzt nachdem Fulia Du, sagen wir mal vorsichtig, nicht ganz so gut ankam. Und dieser Nummer, ob seine Karriere jetzt so ein bisschen ins Straucheln kommen wird, gegenüber den letzten Jahren, wo man ihn ja wirklich überall gesehen hat. Ich glaube, das liegt ein bisschen im... Also ich weiß gar nicht, wie viel Joaquin Phoenix manchmal spielt. Denn dieses neurotische, zweifelnde, was jetzt ja gerade so einem Bo aus Bo's Afraid ausmacht. Und ich finde auch, genau wie du, dass er irgendwie seitdem aus diesem Modus nicht mehr rauskommt. Also irgendwie Napoleon und Bo waren irgendwie beides so gefühlte Muttersöhnchen und hatten da so einen kleinen Mutterkomplex. Kein Napoleonkomplex. Ich glaube aber, dass... Ich meine auch zumindest, dass Ridley Scott mal sowas erzählte, vor den Dreharbeiten zu Napoleon, dass er den quasi panische Voicemails von Phoenix bekommen hat. Sein Motto, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Also der scheint ein ewig Zweifelnder zu sein an seinen eigenen Fähigkeiten. Unter anderem ja auch bei den Joker-Dreharbeiten hat er so mittendrin gemerkt, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache oder ob ich da den Ton treffe, den ich treffen soll, will, kann. Und ich fürchte, dass auch das bei dieser Todd Haynes-Produktion wieder reingespielt hat. Also dass der einfach quasi Angst vor seinem eigenen... Da kommen wir später auch vielleicht noch zu. Angst vor seinem eigenen Schatten und seiner eigenen Courage bekommen hat und durch das ewige neurotische Zweifeln so ein bisschen sich selbst quasi aufs Glatteis geführt hat. Ich bin allerdings auch gespannt, was das mit seiner Karriere macht, weil, wie du schon sagtest, dieser Produktionsprozess von ihm initiiert war und jetzt quasi alles hinfällig wurde. Ich habe jetzt auch nicht mehr mitbekommen, ob dieser Part schon neu besetzt wurde oder wird. Deswegen ist das schwierig. Jetzt kommen wir mal zu Kenans Frage. Ich weiß ja oder glaube zu erahnen, dass die Academy ja gerne auch diese physischen Dinge belohnt. Also wenn einer sich stark runterhungert, wenn er eine Beeinträchtigung spielt oder sonstige Dinge. Das heißt, die Academy belohnt meines Erachtens manchmal einfach so die physische Performance und die ist natürlich in Joker als ausgemergerter Arthur durchaus vorhanden. Gleichwohl muss ich sagen, dass mir, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, A Beautiful Day, wo er ja irgendwie so eine ähnliche Rolle auch schon gespielt hat, deutlich besser gefallen hat. Deswegen finde ich jetzt so die Performance, ja, also ich kann damals, ich weiß den Jahrgang nicht mehr, in welcher Konkurrenz er da stand, was Best Male angeht. Aber ich kann den Oscar durchaus nachvollziehen. Ich kann das auch verstehen. Ich weiß noch nicht, ob ich die Performance im Nachgang so stark finde, wie sie von einigen gemacht wurde. Und man muss ja sagen, der hat ja nicht nur einen Oscar, sondern der hat ja eigentlich gefühlt alles in der Phase, in der Awards-Season abgeräumt. Ja, also in dem Jahr hat er gegen Leonardo DiCaprio, also Once Upon a Time in Hollywood, Antonio Banderas Pain and Glory, Adam Driver, Marriage Story und Jonathan Pryce, die zwei Papes, gewonnen. Also das war die Konkurrenz. Ja, gut, da ist Warner wahrscheinlich auch eine extrem gute Kampagne gelungen. Das muss man dann ja auch mal sagen. Also da spielt ja auch das immer noch eine Rolle und spielt da mit rein. Genau. Und es zahlt, glaube ich, auch darauf ein, wie allgemein mit dem Film umgegangen wurde. Da kommen wir ja später auch noch drauf zu sprechen. Und dass es ja auch darum ging, was dem Film einerseits vorgeworfen wurde, auf der anderen Seite war es für mich einer der positiven Aspekte, dass du eben mit dieser Figur auch mal mitfühlen kannst, dass du dich in diese Figur hineinversetzen kannst, obwohl du ja eigentlich nicht mitfühlen solltest und sich auch nicht in sie hineinversetzen solltest. Das ist ihm ja auch gelungen und ich glaube, das wurde ihm da auch positiv angerechnet. Ja, und man muss ja auch sagen, Joker ist ja auch dann die Figur geworden, die so ein bisschen stellvertretend für diese Literally-Me-Bewegung geworden ist, die halt noch mal als Meme im Internet auch noch mal Fokus gewonnen hat. Ich meine, was angefangen hat mit Drive, aber auch schon vorher stattgefunden hat, natürlich mit Tyler Durden, mit Taxi Driver. Und man sieht natürlich auch performance-technisch, woher auch die Inspiration, woher die Anlagen ja auch stammen, die offensichtlich sich auch Phoenix auch daraus bezogen hat. Und du hast es auch schon gesagt, Timo, hungert sich runter. Du siehst ja diese oberkörperfreien Szenen, wo er komplett abgedürrt ist. Du siehst, wie es schon quasi ein bisschen schamlos versucht wird, halt aus ihm eine sympathieerweckende Figur zu sein, der Mutterkomplex. Die Gesellschaft ist gemein zu ihm. Die Eat-the-Rich-Parabe, die du noch mit dem Wayne-Vater, also mit Thomas Wayne noch mit reinbringst. Der Ausraster, der mit einfließt im Studio mit Robert De Niro. Da kommen natürlich dann alle Sachen zurück. Und da merkt man ja auch dann, woher die ganzen Inspirationen auch dann herrücken. Und darüber können wir eigentlich auch dann direkt als nächstes einsteigen. Der Film wird ja auch dementsprechend vorgeworfen, eine schlechtere Kopie auch von anderen, in Anführungsstrichen, besseren Filmen zu sein. Das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Der Scorsese im Raum auch, an dem man irgendwie nicht vorbeikommt. Und ja, vielleicht kann ich da mal den Anfang machen und sagen, dass es für mich leider auch so langweilig, dass das Meinung irgendwie ist, aber schon auch ein großes Problem an dem ersten Joker-Film ist, der für sich genommen, finde ich, schon gut funktioniert als Film. Der mich mitgerissen hat und der mich nah an diese Figur rangebracht hat. Daniel, wobei man vielleicht die Frage erlaubt ist, ob das überhaupt die Figur ist, an die man nicht nah rankommen kann. Weil es könnte auch am Ende eigentlich eine ganz andere Figur ist, als irgendwas, das wirklich Joker mit Joker zu tun hat. Weil eigentlich dann eine Figur in der Joker-Werdung zeigt, die dann auch doch nicht so richtig Joker wird eigentlich. Aber das hat für mich gut funktioniert. Ich fand, das war, wie gesagt, sehr mitreißend. Und der Film ist auch fantastisch gemacht. Ich finde, beide Teile sehen wirklich wahnsinnig gut aus. Es war auch damals unglaublich erfrischend, diesen gritty 70s-Look, diesen Scale zu bekommen zu dem Zeitpunkt in 70mm und so. Aber für mich ist schon das größte Problem dieses ersten Teils, dass die Bezüge einfach so glasklar sind und dass vieles einfach so ein bisschen copy-paste-haft wirkt. Auch wenn der Vorwurf jetzt schon sehr alt ist und schon tausendmal da war. Aber ich habe damals schon beim ersten Mal schauen im Kino schon ein ganzes Gefühl gehabt, okay, jetzt kommt die Szene aus dem Film und jetzt kommt wieder King of Comedy. Jetzt sind wir bei Taxi Driver. Bis hin zu manchen Sachen, die ich dann wirklich schon sehr auffällig fand. So als Beispiel zum Beispiel im ersten Teil, als Beispiel zum Beispiel, sprachlich mit allen Wassern gewaschen, gibt es im ersten Teil diese Clowns-Zentrale, wo die sich zur Arbeit treffen. Als ich irgendwie so offensichtlich fand, dass es das halt nur gibt, weil es in Taxi Driver halt auch mit dem Restaurant-Café, wo die sich treffen oder wo man die Arbeit halt bekommt, der Taxi-Zentrale diese Orte gibt. Was ja totaler Quatsch ist für irgendwie Clowns, die so auftragsmäßig irgendwelche Partys besuchen. Warum sollten die jetzt morgens mit zur Stecho wie eine Umkleide gehen, alle versammelt und von da aus dann irgendwie aufbrechen zu verschiedenen Clown-Events, wo sie irgendwie eingeladen sind. Also das ist jetzt vielleicht sehr nitpicky, aber das finde ich so exemplarisch für so etwas, was dramaturgisch nur eine Entsprechung ist aus dem, was halt ein Taxi Driver gibt. Aber in der Geschichte eigentlich fand ich wenig Sinn macht. Und so hat mich das schon stark immer wieder rausgerissen, dieses Copy-Paste-hafte, hier Taxi Driver, jetzt wieder King of Comedy. Und ich weiß nicht, dass er diese Qualität nicht erreicht, das steht, denke ich, relativ außer Frage, vor allem von Taxi Driver, der für mich da einfach eine andere Liga ist. Das hat mir diesen, finde ich, sonst eigentlich recht gelungenen Film, wie gesagt, vor allem sehr erfrischend, dass wir so einen kleinen Gritty-Comic-Film zu der Zeit bekommen haben, schon damals irgendwie leider ziemlich vermiest. Wie seht ihr das? Also mich hat's nicht ganz so gestört, weil ich das aus der Comic-Welt eigentlich gewohnt bin, dass du Figuren in andere Settings transferierst. Und ich hab mir dann halt gedacht, wie cool ist es eigentlich, wenn du halt sagst, wir machen jetzt einen Joker-Film, aber Joker ist quasi im Taxi Driver-Universum so ein bisschen. Ist natürlich nicht ganz so krass, weil er ist ja nicht in New York, sondern es ist halt immer noch Gotham, in dem er da unterwegs ist. Fühlt ihr da Gotham? Ich fühl da nämlich New York. Also ich fühl Gotham in dem Sinne schon, weil Gotham ist ja New York. Gotham an sich ist ja quasi, nimmt ja New York als Vorlage. Es war, also es gibt ja immer so diese Ansicht, Metropolis und Gotham, das sind ja zwei verschiedene Städte, die nicht weit auseinander liegen. Und so in der Fan-Lore heißt es immer so, Metropolis ist New York bei Tag und Gotham ist quasi New York bei Nacht. Immer so ein bisschen. Deswegen, es hat ja schon diese Vorlage, es ist ja schon die Inspiration, aber ich hab da zum Beispiel eher Gotham gefühlt, als jetzt bei The Dark Knight, wo Gotham einfach so eine schillernde Hochglanzstadt ist und nicht mehr dieses düstere, verruchte, hast da irgendwie Seitengassen und alte Bauten. Deswegen hat das für mich schon gut funktioniert. Ich hab's halt eher als Hommage gesehen, dadurch, dass halt Todd Phillips auch gesagt hat, er möchte sich eben an diese Charakterfilme dieser Epoche annähern. Und es ist halt leider so, dass Scorsese halt die geilsten Charakterstudien in diesen Jahren gedreht hat und dass deswegen auch eben die Einflüsse waren. Klar, es muss natürlich nicht sein, dass du als Szenen dann eins zu eins nachdrehst und dich da so stark drauf fokussierst, aber ich konnte es dem Film durchaus eher nachsehen, als wenn er es jetzt einfach nachgedreht hätte und dann gesagt hätte so, ich weiß von nix. Ach, ihr seht da Taxi Driver? Das ist ja spannend. Also, wenn halt jemand von sich aus sagt, ich hab mich da inspirieren lassen und ich hab versucht, das so ein bisschen nachzuempfinden, kann ich es eher verzeihen, als wenn du einfach eine blinde Kopie machst. Und für mich hatte Joker dennoch genug Eigenständigkeit und genug eigene Szenen, damit mich das nicht ganz so gestört hat, wie jetzt euch zum Beispiel. Ja, ich hake da nochmal kurz ein. Also, man merkt natürlich jetzt, wenn man, ich hab heute nochmal im Zug eine halbe Stunde Hexenkessel geguckt von Scorsese und du merkst natürlich so, was Handwerklichkeit angeht, was so Flow angeht, was auch Needle Drops angeht, finde ich, merkst du, dass das einfach nochmal eine andere Liga als Todd Phillips ist. Also, das wirkt dann manchmal so ein bisschen bemüht und mit bemüht habe ich immer so ein Problem, weil, oder gut gemeint, das ist ja immer die kleine Schwester von gut gemacht. Und deswegen ist so, was Inszenierung angeht, was Inspiration angeht, ich bin da auch, also genau wie du, Daniel, ich bin mit einer Hommage fein, wenn man sich auch da ehrlich macht. Aber ansonsten bin ich auch bei Marc. Also, es gibt halt diverse Szenen, die einfach nur existieren, weil in den Vorlagen oder in den referenzierten Filmen gibt es auch diese Szenen. Und man fragt sich manchmal, ist das jetzt wirklich notwendig? Generell ist diese Idee einen Arthur Fleck mit dem Zustand, in dem er sich befindet, als Clown zu engagieren, würde ich jetzt auch, ich will jetzt auch nicht zu nitpicky werden, aber ist es eine gute Idee, jemand mit so einem Spektrum an psychischen Erkrankungen für so einen doch eher komischen oder einen Job zu verpflichten, der auch mal dazu führt, dass man in Krankenhäusern und mit Kindern zu tun hat. Das ist wirklich schwierig. Aber da gibt es, finde ich, auch diverse andere Schwierigkeiten und Herausforderungen, die das Drehbuch und der Film da noch mit sich trägt und rumschleppt. Trotzdem irgendwie so, ich sehe es total mit der Hommage, dass das ein legitimes Argument ist, aber ich finde, dem haftete trotzdem immer so ein komisches Gefühl an, so mit Taxi Driver, einem der Filme, der New Hollywood aus den 70ern und natürlich auch so mit einer wahnsinnigen Tiefe in dem, was es über die Gesellschaft aussagt, über Vietnam-Veteranen, über halt die große Einsamkeit über den modernen Mensch in der Stadt und so. Und das war ja wirklich so was super Profundes, Humanistisches, was da abgeliefert wurde und ja, bis viele, viele Jahrzehnte danach noch immer diese krasse Relevanz hatte. Und das jetzt mit so einer Lizenz zu sehen, mit halt so einem DC-Logo davor und so gut das gemacht war und es war, wie gesagt, vor allem handwerklich, optisch wahnsinnig gut gemacht und schauspielerisch. Aber das hatte für mich irgendwie schon diesen fiesen Beigeschmack, okay, heute kriegen wir halt so einen Riff auf so einen wirklich großen, tiefgründigen Klassiker, der sich so mit der Menschheit auseinandersetzt, im Rahmen von einer Comic-Lizenz, so als Origin-Story zu dem Gegner von Batman. Das ist schon, also ich konnte irgendwie dieses Gefühl, was dieses Franchise, das reine Joker-Franchise jetzt, Joker-Solo-Filme, nie so ganz abschütteln. Das hat immer für mich so ein blödes Vorzeichen. Und wenn man versucht, bei ihnen auszusehen, finde ich auch, dass es viel zu, an dem ersten Teil viele Dinge gibt, die toll funktionieren, ja. Ich glaube auch, die entscheidende Frage ist ja auch, hat es gerade für Leute dann funktioniert, weil man halt eben auch mit dieser Vorerwartung reingegangen ist, wir haben so viel Dreck quasi bei DC halt erleben müssen in den letzten Jahren, dass dann auf einmal ein wertig aussehender Film, der gut gespielt wurde, eine tolle Kamera hat, ein 20. Szenenbild und natürlich dann auch Vorbilder sich bedient hat, die man auch selber dann mag, man dann automatisch so ein bisschen, glaube ich, auch in die Falle dabei getappt ist, dass man halt genau das Gesehene eben als etwas Großartiges dann betrachtet, weil man dann eben so begeistert ist, dass halt aus einer Comic-Buchverfilmung sowas Ernstes, sowas Grittiges dann wieder entstehen konnte, nachdem es ja quasi ein bisschen in der Hochzeit letzten Endes ein bisschen runterstilisiert wurde und der Look von Marvel und DC-Film ein bisschen durch CGI und durch andere Dinge dann letzten Endes nicht mehr so funktionell war. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich in den Raum stellen würde, aber weil ich mich auch selbst ein bisschen dabei auch nach der Erstsichtung damals, 2019, auch abgefühlt habe, weil ich dachte so, irgendwie hat mich das schon abgeholt, das ganze Ding, weil es auch eben diesen Look hatte, weil es eben diese Atmosphäre bedienen konnte, aber wenn man natürlich auch dann drüber nochmal nachdenkt und man schaut dann auch nochmal die Vorbilder, schaut man dann nochmal nach, weil man genau diese Erkenntnis dann nochmal erlangen möchte, weil man nochmal King of Comedy schaut, weil man Hexenkasse schaut, weil man Taxi Driver sich anguckt und dann merkt man, ja okay, irgendwo bedient er sich zu krass der ganzen Sache und irgendwo wirkt das dann halt eben eher wie eine Kopie statt einer Hommage letzten Endes und das ist daran, wo ich damals ein bisschen sehr stark gestolpert bin. Ich habe den Film dann am Ende dreimal gesehen und beim dritten Mal habe ich dann auch irgendwann mal für mich akzeptiert. Irgendwo sind die Schönheitsflecken dann leider auch noch vorhanden. Einmal da kurz eingehakt, das ist natürlich aber auch wieder so ein Problem von uns Vieren, die sich mit dem Medium befassen, auseinandersetzen, die die Referenzen kennen. Also ist ja nichts schöner, als wenn du in der Literatur beispielsweise so Werke hast, die eine Referenz haben und diese Intertextualität aufweisen und gleichzeitig aber ohne das Auskommen. Ich glaube, dass Joker vor allen Dingen für die, sagen wir mal, Otto-Normal-KinogängerInnen funktioniert hat oder zumindest den Erfolg generiert hat, weil, wie Markus sagte, da eine IP, das ist also DC Comics, der Joker und gleichzeitig die nicht wissen, dass ganz vieles aus Scorsese's Oeuvre sozusagen übernommen wurde oder fast eins zu eins kopiert wurde. Das ist halt so ein Filmwelt, Film-Bubble-Problem, das wir dann vielleicht haben. Ich finde andere Aspekte, irgendwie stelle ich mir immer wieder die Frage, also warum ist, also ich finde den Film ja nicht jetzt zeitlich stark kontextualisiert, aber zumindest würde ich jetzt interpretieren, dass das so Anfang der 80er, vielleicht späte 70er in Gotham spielen soll. Warum spielt das nicht in der heutigen Zeit, wenn ich doch Kritikpunkte in Sachen Kapitalismus, in Sachen Empathielosigkeit, in Sachen Gesellschaft äußere, warum muss ich das so aus dieser Zeit entheben, um dann doch Dinge aus der Aktualität zu kritisieren und das habe ich nicht ganz verstanden. Zumal die Kritik jetzt auch, da mag Todd Phillips auch sicherlich zugeben, dass er da nicht jetzt der filigranste ist, was diese ganzen Kritikpunkte angeht, sondern da schon eher mit dem Holzhammer das Ganze kritisiert und auch uns quasi eintrichtert. Und das ist ja glaube ich auch das Spannende, was auch dann letztens mit dem Film dann in der Rezeption dann passiert ist, wo dann eben aktuelle Ereignisse genommen wurden und auf dem Film übertragen wurde, aktuelle Diskurse dann von gewissen Gruppen, von gewissen Fangruppen dann vereinnahmt wurden und dadurch auch eine sehr krasse mediale Kontroverse auch um den Film dann entstanden ist. Man kann natürlich vieles dann sagen, dass es dem Marketing dann irgendwann mal das Ding zugute getan hat, weil da natürlich wieder Label gefallen sind, wie ist der Joker ein gefährlicher Film, verführt der Joker irgendwie Menschen zu den Taten, die halt am Ende des Films letzten Endes auch passieren. Ist das so ein kleiner Mythos auch drumherum erstanden? Etwas, was man auch vielleicht so in der Form länger nicht mehr bei einem Kinofilm gesehen hat oder dass das halt so krass ausdiskutiert wurde, das hatte man dann auch eine Zeit lang nicht mehr gehabt. Was ist eure Betrachtungsweise? Wie habt ihr es da zumindest zur Zeit damals auch wahrgenommen, wie das diskutiert wurde und wie ist euer Standpunkt diesbezüglich? Nur ganz kurz, man darf ja nicht ganz vergessen, dass im Zuge von damals The Dark Knight Rises ja in einer Kinovorstellung ein geistig verwirrter Mensch als Joker kostümiert da Menschen umgebracht hat und deswegen ist natürlich die Idee, eine Art von Origin von einem der stillendsten Bösewichte da zu erzählen, schon mal sah so mutig in dem Kontext. Nun ist da auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ich glaube, das ist dann sieben Jahre später gewesen und gleichzeitig setzt man im Marketing natürlich voll auf diese IP Joker und natürlich, wie ihr das heute auch kennt bei irgendwelchen Filmen, die über gewisse Gewaltschwellen rübergehen, ist natürlich auch bei Joker die Gewalt für ein Mainstream-Publikum schon sehr eruptiv und auch sehr, sehr explizit und das ist etwas, was man, finde ich, da nicht so ganz außer Acht lassen darf. Ja, aber ich finde, für mich war das einer der Aspekte, der den Film eher wieder so auf der Haben-Seite für mich verbucht hat, weil einfach, wie Kenan es gerade formuliert hat, wann hat man überhaupt schon mal einen großen Mainstream-Film, der über eine Milliarde Dollar einspielt, wo man sich diese Fragen überhaupt stellen kann? Ist irgendwas hieran so subversiv, dass es wirklich falsch verstanden werden kann und so? Es ist total legitim zu sagen, das ist zu heikel, aber meine persönliche Meinung ist, dass ich das jetzt eher wieder respektiert an dem Film, dass er sich da dann doch so portioniert hat, dass das irgendwie herausfordernd ist, dieses Element daran und man diese Frage überhaupt stellen kann. Ich finde, der Film ist auch gerade jetzt mit ein bisschen Abstand, es ist nicht schwer, ganz klar daran zu sehen, dass Arthur Fleck sich nicht richtig verhält, dass es nicht die Lösung seiner Probleme ist und ich finde, dass das mit ein bisschen Abstraktionsvermögen sehr deutlich aus dem Film eigentlich rauskommt und dass dieser aber dieses subversive Element da drin ist, dass er durchaus stellenweise zelebriert wird und man das halt in den falschen Hals kriegen kann, wenn man es unbedingt drauf anlegt. Das finde ich mutig, ist das Wort, was, glaube ich, Timo, du auch gerade verwendet hast und das fand ich eher, was den Film nochmal über diese Scorsese-Hommage hinaus interessant gemacht hat. Das muss man ja auch sagen, dass Walnut das auch zugelassen hat, dass ein Film so edgy, sage ich mal, ist, so scharfkantig. Ja, und dann ist man davon wieder zurückgerudert, aber ich komme der Sache, ich eile der Sache voraus. Ja, und es war ja tatsächlich auch eher medial aufgepusht, also es war ja im Vorfeld des Films tatsächlich eher so, dass schon darauf hingewiesen wurde, es gab damals dieses Attentat bei The Dark Knight und man hat schon im Vorfeld gehört, vielleicht könnte der Film zu sehr die Inselbewegung ansprechen und da ja gewisse Gefahren schüren. Das heißt, es gab ja viele Medien, auch hochrangige Medien in den USA, die eben gesagt haben, dass dieser Film gefährlich sein könnte und dass dieser Film falsch verstanden werden könnte und dadurch natürlich das Ganze noch so ein bisschen aufgepusht wurde und ja fast schon so eine Selbstständigkeit entwickelt hat, die gleichzeitig wieder ins Marketing überging, die wieder in den Medien aufgegriffen wurde und so hat sich das so verselbstständigt, ohne dass am Ende ja korrigiert mich, wenn ich da irgendwas nicht mitgekriegt habe, aber sich so auf der Straße an sich überhaupt nicht ausgewirkt hat. Es gab dann Polizeipräsenz bei diversen Premieren, aber es gab ja keine große Revolt, keine Menschenmassen, die auf die Straße gezogen sind und gesagt haben, ja, wir machen es jetzt wie der Joker, eat the rich und wir brennen jetzt hier alles nieder, sondern es war tatsächlich eher ein Diskurs, der sich dann ins Internet verschoben hat, der sich so in die Film-Bubbles verschoben hat. Darf man eigentlich zu viel Gewalt in Filmen zeigen? Welche Art von Gewalt sollte man in Filmen zeigen? Aber es war nie was, was so wirklich in den Mainstream reingeschwappt ist. Das Einzige, was daraus halt entstanden ist, ist halt, dass man später im Jahre 2020 dann ähnliche Bilder dann in der Realität dann bekommen hat im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung zum Beispiel, dass dann halt die Riots zum Beispiel im Film von Joker ähnlich aufgesetzt waren wie halt die, die man dann medial aus den USA zugespielt waren. Aber das ist dann halt mehr ein Zufall halt gewesen. Letzten Endes, wenn man fünf Jahre später hinzugeht, denkt man sich, okay, es war doch nicht so tiefsinnig innerhalb der Debatte, die dann geführt wurde über, sind Filme wieder dazu bewegend, dass Menschen zu Taten genommen werden? Wird Joker zu wörtlich genommen? Ist er dieser missverstandene Antiheld? Ist es dann wieder so eine klassische Form von Mythologisierung, die dann über einen Charakter gemacht wurden? Ein Charakter, der ja auch schon seit Heath Ledger ja auch dann auch schon eben in diesem Mythos die ganze Zeit drüber rüberschwappte. Bei Heath Ledger war es ja nochmal mit seiner eigenen Lebensgeschichte dann damit noch verbunden. Hier ist es dann halt eben, was das Internet draus gemacht hat und wir kommen gleich, wenn wir über Joker 2 reden, wird das natürlich auch nochmal ein Kerngegenstand dazu auch sein. Ja, aber fahr mal am 1. Mai nach Hamburg. Das ist ja auch nicht erst so seitdem Joker draußen ist, sondern die Randale ging halt vorher auch schon. Also Straßenschlachten und männliche Erwachsene, denen irgendwie langweilig ist und die Sachen kaputt machen, die gab es ja auch schon vor Joker. Exakt. Ja, und ich finde, Kunst muss manchmal halt den Mut haben, falsch verstanden werden zu können. Und ich habe gerade vor dem Podcast nochmal, das Ende geguckt vom ersten Joker und ich finde, gerade das ist ein der stärksten Momente im ganzen Film, also nicht, dass die eigentlich letzte Einstellung, sondern davor auf der Straße, wenn er halt aus dem Auto rausgehoben wird und aufs Auto gestellt wird und er sich dann mit dem Blut den Joker-Mund schminkt und alle ihn bejubeln und so. Ich finde, das ist aber, ich finde, das ist ein wahnsinnig starker Moment, einer der besten in dem Film und ich finde, er ist aber durch die Musik auch, durch diese schwere Tragik der Musik und durch dieses gebrochene Spiel von ihm, dass man ganz klar merkt, das ist ein kaputter Mensch, der da gerade aus dem Auto gehoben wird. Für mich ganz klar, dass das hier eine große Tragik hat, dass er gerade von allen bejubelt wird und gewaltlos getreten hat und das ist ein doppeldeutiges Bild, weil er halt bejubelt wird, weil er sich verbeugt, aber das ist trotzdem, finde ich, ein Bild, was auf keinen Fall einen zwingt, das so zu sehen, dass der Film ein einziges Zelebrieren dieser Figur ist. Ich finde, das ist beides ganz klar drin und dass es halt diese gewisse Ambivalenz sich traut, das macht es für mich interessant. Ich fand dann eher die letzte Szene so ein bisschen random, ich weiß nicht, wie ihr das seht, die danach noch kam in dem Asylum. Also das war vielleicht ja auch schon der Versuch, den Film nicht so ganz so krass auf dieser aufrührerischen Note enden lassen zu wollen, aber ich fand, im Spiel und in der Gestaltung des Films in den Details war dann schon ganz klar zu sehen, dass das halt genauso wenig zur Gewalt aufruft wie Clockwork Orange von Von Kubrick das getan hat, nur weil es diese Momente gibt, die das zelebrieren, weil es die Figur halt auch zelebriert. Ja und die Figur hat ja, du sagtest gerade, wie ich finde, das wichtige Wort Ambivalenz bis zu, also korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, aber bis zu einem gewissen Grad, ich hatte schon den Holzhammer von Todd Phillips erwähnt, ist das ja so auf die Wurst, was Arthur an, das ist ja kein Unglück, sondern es sind ja, also der Film fängt damit an, dass er von drei Jungs auf dem Boden liegen noch getreten wird und man fragt sich eigentlich, warum tut ihr das? Also was soll der Scheiß? Und es geht weiter mit diversen Spitzenbemerkungen in dieser, wie du schon gesagt hast, in dieser Clowns-Zentrale, dann gibt es Momente, bei denen du denkst, okay, also allein, es ist so Holzhammer, Arthur bekommt mit seinem eigenen Schild was verdroschen und sein Boss möchte ihm das vom Lohn abziehen, obwohl er dafür ja gar nichts kann und du denkst ja, okay, das ist jetzt alles andere als subtil und bis zu einem gewissen Grad, Stichwort U-Bahn-Szene mit diesen drei Wall-Street-Heinis, ist das ja alles legit, also ist ja alles, du denkst ja, das ist völlig, also es ist natürlich nicht legitim, jemanden umzubringen, nicht, dass das jetzt im falschen Hals kommt, aber du hast das Gefühl, auf der Film-Ebene denkst du, Alter, also das Fass ist jetzt halt auch mal voll, also jetzt ist es auch mal gut, das heißt, bis zu dem Grad kannst du Arthur ja in Anführungsstrichen folgen als Anti in Klammern hält, sondern du denkst ja, das ist alles in Ordnung, also nicht alles in Ordnung, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine, es ist so, dass du nicht denkst, das ist aber widerwärtig, das ist nicht in Ordnung und das wechselt ja peu à peu mit der Handlung, je unzuverlässiger Arthur auch erzählt, desto mehr denkst du, okay, irgendwas stimmt doch hier nicht und dann gibt es ja diese, wie ich finde, extrem eruptierende Gewalt, als er einen seiner Kollegen zu Hause, als sie ihn zu Hause quasi so eine Art Intervention da machen oder auch so ein bisschen auch die Angst haben, dass das auf sie irgendwelche Rückwirkungen hätte oder Auswirkungen hätte und dann gibt es halt diese krasse Gewaltszene, bei der du halt denkst, okay, jetzt ist aber so eine Linie überschritten, die man hätte nicht überschreiten müssen und das ist schon, also man kann das natürlich auch als kalkulierten Tabubruch oder als kalkuliertes Risiko irgendwie abstempeln, um da auch im Marketing nochmal drauf rumzureiten, aber da hat Philips schon, ich will nicht sagen, Eier gezeigt, aber zumindest zeigt er Mut, um dieser Figur, die, wie ich finde, notwendige Ambivalenz zu verleihen, weil er vorher halt, wie gesagt, sehr viel wenig subtil macht, macht er das dann auch nicht subtil, sondern dann ist es halt so, das ist jetzt illoyal, das tut man nicht, du erschreitest jetzt eine Grenze. Das ist ein krasser Moment. Aber selbst in der Szene schafft es ja auch noch ein bisschen ambivalent zu sein, weil du ja noch seinen kleinwüchsigen Kollegen mit dabei hast, wo du im Endeffekt als erstes auch denkst, okay, der muss jetzt vielleicht auch drauf gehen, dann sagt er ja, ach nee, komm, du darfst gehen, weil du warst immer nett zu mir, alles gut. Und dann steht er ja vor dieser verschlossenen Tür und kommt halt nicht dran. Und das ist eigentlich der Moment in anderen Filmen, wo dann der Charakter irgendwie schon so über diese Linie geschritten ist, dass er sagt, ein Scherz, komm her, du bist ja Zeuge, ich muss dich jetzt auch aus dem Weg schaffen. Aber auch in der Szene ist Arthur dann so ambivalent, dass er dann sagt, na komm, ich mach dir die Tür auf, geh nochmal raus, hau schnell ab. Und für ihn war das dann eben auch gegessen, weil er eben sagt, ich hab mit dir quasi nichts zu tun, du hast mir nichts getan, und deswegen darfst du jetzt von dannen ziehen. Du warst immer nett zu mir. Genau, du warst immer nett zu mir. Ich weiß gar nicht, ob es wortwörtlich fällt, im zweiten fällt es ja im Gerichtssaal, aber es fällt ja wirklich, also es ist ein bisschen dieses Trump-Ding, I think he likes me. Putin, ja, ich glaube, der mag mich und bei ihm ist, bei Arthur ist es halt auch so dieses, naja, also der war immer nett zu mir, der hat mir nichts getan, dann tue ich dem auch nicht. Ja. Ich finde, das erinnert auch viel an die Dramaturgie von zum Beispiel Falling Down von Joel Schumacher, dass man für einen großen Teil natürlich, es essentiell ist, dass man mit den Ausbruch will, dass man mit will, lass dir nicht mehr alles gefallen, es ist zu viel. Natürlich kann ein Mensch das nicht alles wegstecken, was da auf ihn einregnet und bis zu dem Punkt, wo es dann die Linie überschreitet und man wieder selber einordnen muss, okay, der Amoklauf, die Explosion würde aber letztendlich nur viel mehr Leid noch verursachen und ich fand das, wie gesagt, vollkommen legitim erzählt, wie der Film. Und wie gesagt, Aya hat er da für mich auch bewiesen in der Ausgestaltung von dem Ende des ersten Teils. Ja, und es ist ja halt auch eine Origin-Story, eines der größten Comic-Bösewichten aller Zeiten. Du willst ja am Ende eigentlich auch, dass dieser Moment kommt, dass er da steht und seine Army hat und du einen Grund hast zu glauben, dass dieser Mann irgendwann mal dieser Clown-Prince of Crime wird, der bekannt ist und wenn du dann aufhörst und immer noch nur diesen ambivalenten Charakter hast, aber das Umfeld auf ihn gar nicht reagiert, dann würdest du das im Film ja eigentlich auch gar nicht abkaufen. Aber habt ihr das eigentlich je wirklich geglaubt? Also habt ihr jemals wirklich am Ende des ersten oder im zweiten Teil immer gedacht, okay, das ist jetzt der Typ, der gegen Batman in den Kampf zieht? Weil das habe ich im Kopf definitiv nicht hinbekommen, mir vorzustellen, dass dieser arme, kaputte, geistig nicht gesunde Mensch irgendwas auf die Beine stellt, was halt für Batman gefährlich werden könnte. Ja, da gibt es auch einfach ein grundsätzliches Problem und zwar, es gibt ja im Film die Begegnung mit Bruce Wayne und Bruce Wayne als kleinen Jungen beispielsweise und da ist man ja auch schon ein bisschen, man macht da seine Verrenkungen, man macht seine Rückwärtsseitos, um sich irgendwie zu erklären, okay, wie alt wird der Joker sein, wenn Batman jetzt wirklich 20 Jahre später irgendwie auf den Joker treffen wird, da treffen halt ein Mann in seinen Enddreißigern auf einen kleinen Jungen, der wahrscheinlich gerade mal 10 ist oder so aufeinander, da fing es schon bei mir schon an, so ein bisschen mit den Gedanken zu machen, okay, ist es diese Art von Joker, die wir kennen und in Anführungsstrichen lieben gelernt haben in der Form? Gleichzeitig habe ich mir auch immer die Frage gestellt, was für ein Gesellschaftsbild wird ja auch abgegeben von Gotham? Wir haben ja diese Riots letzten Endes, die haben wir schon vorher irgendwo im Film, das ist ja ein ganzer wurde in der Kochtopf letzten Endes, der die ganze Zeit existent ist und irgendwo nur einen Moment gesucht hat, um auszubrechen. Thomas Wayne wird ja als der ekelhafteste Mensch aller Zeiten gefühlt in dieser einen Toiletten-Szene präsentiert und auch Robert De Niro wird ja auch als ein wenig empathischer Mensch in der ganzen Talkshow präsentiert, die gegenüber ihm ist und dann hat man natürlich diesen Ausbruch dann, ich könnte tot vor euch umfallen und niemanden würde es interessieren. Das ist genau dieses Art von Gesellschaftsbild, dass halt Menschen von oben herab auf andere Menschen herabgucken und sich halt eben die Schere zwischen Arm und Reich dann halt nicht größer sein könnte. Dieses Amerika ist eine Geschichte von, oder hier Gotham ist eine Geschichte von zwei Städten letzten Endes, die erzählt wird eben Arm und Reich treffen aufeinander und man hat den Joker dann quasi als das Moment genutzt letzten Endes, um genau dann so ein Riot dafür auszusorgen, dass sowas halt positioniert werden konnte, wie halt später dann in der Realität dann eine Guy-Fawkes-Maske als Symbol für Anarchismus dann benutzt wurde beispielsweise. Dafür sind dann halt die Joker-Clowns-Masken entstanden. Ja, und das ist natürlich auch, wir dürfen ja auch nicht ganz vergessen, so Entstehungszeit 2019, also 2018, 2017 produziert, so in der Zeit. Also ist jetzt nicht zu weit hergeholt, wenn man jetzt Thomas Wayne als quasi jetzt nicht barmherzigen Samariter der Gotham helfen will, sondern das ist ja nach dem schon so ein bisschen konstruiert, dass der ja fürs, korrigiert mich, wenn es falsch ist, sich quasi so ein bisschen, ja, dann muss ich wohl als Bürgermeister hier kandieren und mal ein bisschen die Stadt aufzuräumen. Das hat ja auch so Trump-Vibes, dass also jemand, der zur Upper-Upper-Class gehört, sich quasi in Anführungsstrichen herablässt zu regieren und sich an die Politik, wo man ja wirklich wenig Geld verdient und wo man eigentlich das nur aus, eigentlich mal aus idealistischen Gründen gemacht hat. Also diese Parallele finde ich auch, wie gesagt, alles spannend, ich frage mich nur nach wie vor, warum dann diesen Zeitkontext nicht oder diesen Zeitkontext so künstlich und artifiziell hochhalten und sich wirklich so in dieses New York-Deal oder zumindest so Taxi-Driver-Vibes dazu generieren. Da bin ich wieder bei Marc. Da hat man wirklich das Gefühl, das ist nur gemacht, damit man den den Vorbildern huldigt und den Vorbildern oder sie sozusagen nachahmt. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, es gab einen Taxi-Driver, einen Politiker, also brauchen wir jetzt hier auch einen und wen könnte man da nicht besser wählen als Thomas Wayne in dem Fall? Ja. Genau, und damit hören ja auch die Batman-Bezüge letzten Endes auch auf, weil Thomas Wayne zweimal durchs Bild laufen lässt und wie er dann in dieser Pressekonferenz die ganzen Protestler letzten Endes als Clown-Zeit bezeichnet und dadurch halt wenig subtil natürlich der Kick-Off dafür dann gestartet wird und danach ist einmal Bruce Wayne noch durchs Bild laufen, wo diese Interaktion mit Joker halt stattfindet, mit Arthur stattfindet und da hört ja auch diese ganze Beziehung dann letztendlich auf und das beantwortet ja auch dann letztendlich ist die jetzt sehr um die Ecke gedachte Frage, ob wir halt jemals gedacht haben, dass das eigentlich wirklich der Joker ist, der auf Batman treffen wird, die ich halt jetzt relativ straightforward mit Nein halt beantworten würde und auch schon damals schon dachte, irgendwie trifft das nicht ganz, das was wir uns vielleicht auch damals vorgestellt hatten. Ja, und das ist für mich irgendwie wieder diese ganze Zweischneidigkeit von dem ganzen Projekt oder dieser Joker-Solar-Reihe so auf den Punkt gebracht, dass ich einerseits so denke, wie wir gerade rausgearbeitet haben, hat das eigentlich wirklich kaum was mit dem Comic-Universum eigentlich zu tun. Viele Bezüge müssen mit Krampf so gebogen werden, dass die überhaupt so halb funktionieren und das ist irgendwie total traurig, dass wir aber nur dann halt ein Joaquin Phoenix Psychodrama sehen können, wenn es halt diesen Comic-Bezug künstlich herstellt. Sonst hätte er wahrscheinlich ein Hundertstel seines Einspiels gehabt, was er gehabt hat. Andererseits, was einer von euch eben auch gesagt hat, dass viele Leute, die dann aus dem Comic-Mainstream- Filmkonsum vor allen Dingen kommen, so zum ersten Mal einen Film gesehen haben, der andere Ziele hat als nur Spektakel und überhaupt sich an ernsthafter Charakterisierung versuchen, die ja vielleicht darüber sogar zu Taxi Driver geführt wurden, ist auch wieder, ist irgendwie die Kehrseite. Deswegen komme ich auch beim ersten Teil irgendwie nie so richtig raus, wie ich es denn jetzt finde. Es hat irgendwie viel Licht und viel Schatten, je nachdem, von wo man es betrachtet. Und wie Sie das jetzt fünf Jahre später baue ich dreien aus, kann der Joker immer noch für euch etwas? Ist das ein Film, der über die Jahre für euch dann auch in der Gunst gesunken ist, weil man einfach merkt irgendwo, der eigene Geschmack verändert sich natürlich auch über die Zeit, aber auch gleichzeitig. Irgendwie steckt da doch nicht so viel hinter, auch weil letzten Endes die gesellschaftliche Diskussion, die halt super am Kochen war zu der Zeit, als er rauskam, auch nicht mehr wirklich so viel Stand hält und eigentlich nur noch so ein halbgar aufgewärmter Internet-Trust letzten Endes geworden ist. Daniel, wir fangen mal bei dir an. Also bei mir ist er tatsächlich in der Gunst gesunken, weil ich damals schon sehr enttäuscht war, was Comic-Verfilmung angeht. Ich habe mich am MCU so ein bisschen satt gesehen, das, was Zack Snyder gemacht hat, beziehungsweise das, was Warner natürlich auch mal den Snyder-Film gemacht hat. Es war ja nicht nur Snyder, sondern Warner hat da ja auch viel reingeredet. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich da schon sehr wenig Erwartungen an neue Comic-Filme hatte. Und da kam eben Joker zu einer richtigen Zeit und habe mich, was das Visuelle angeht, als auch die Erzählungsweise, als auch so die Hommage an Taxi Driver, an King of Comedy voll abgeholt. Und mittlerweile ist es tatsächlich schon eher so, dass ich den für mich ein bisschen besser einordnen kann, dass ich da eine gewisse Distanz so entwickelt habe, weswegen er für mich halt persönlich ein bisschen abfällt. Und hinzu kommt dann natürlich auch, dass Joaquin Phoenix in seinen letzten Filmen immer dieses Muttersöhnchen gespielt hat, was eben das eine oder andere Problemchen mit rumschleppt. Er hat immer diese Rollen, wo er so ein bisschen haucht und in sich zusammengesunken ist, egal was er spielt. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass Joker für mich über die Jahre ein bisschen abgebaut hat. Timo, bei dir? Bei mir konnte er gar nicht so viel abbauen, weil ich ihn nach der ersten Sichtung damals überhaupt nicht mochte. und er ist jetzt, ich will nicht von gewachsen sprechen, aber ich bin im Reinen mit diesem Film. Ich habe versucht zu verstehen, was ich andeutete, womit ich Probleme habe und versuche nach wie vor zu verstehen, warum gewisse Entscheidungen so getroffen wurden. Und Marc hat es, glaube ich, schon zweimal erwähnt. Das ist dann einfach eine Entscheidung für ein Drama, für ein als Comic-Verfilmung getarntes Drama eines psychisch kranken Menschen und was er im Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Einflüssen aus seiner näheren und entferneren Umgebung und dem, ich sage es jetzt mal wirklich in diesen bösen Anführungsstücklichen, was das System quasi mit solchen Menschen machen kann. Und da sind so ein paar Sachen drin, die finde ich schwierig. Da sind so ein paar Sachen drin, die hatte ich schon diverse Male mit wenig nuanciert und wenig differenziert auch ein bisschen kundgetan. Deswegen, also ich bin, ich habe jetzt beim zweiten Sehen habe ich einige Sachen, konnte ich besser drüber hinwegsehen. Es gibt andere Sachen, die ich nach wie vor schwierig finde, die für mich keinen Sinn ergeben. Wenn ich zum Beispiel diese Szene, die ich glaube Kenan erwähnt hatte, dass wir also, oder ich war Daniel, war es diese, diese berühmt-berüchtigte Ermordung der Wayne-Eltern sehen. Warum müssen wir die sehen? Warum ist die da drin? Und das sind so, sind so eine oder das eine von verschiedenen, oder einer von verschiedenen Aspekten, die mich nach wie vor immer Fragen zurücklassen. Spannenderweise ist aber dieser Film an sich, ich habe den als, bei der ersten Sehen fand ich den wirklich wie so ein Windbeutel, so aufgeplustert, aber da war halt wenig drin. Spannenderweise reden wir jetzt fünf Jahre später immer noch über diesen Film oder können darüber reden und das zeichnet ja auch, hatte Marc vorhin gesagt, Kunst mal aus. Manchmal betrachtet man sie beim ersten Mal und denkt, ist irgendwie interessant und interessant ist dann ein anderes Wort für gefällt mir nicht und das in Anführungsstrichen wächst in Anführungsstrichen in der Zeit. Also es wird so ein bisschen, man kann dem bessere oder andere Facetten abgewinnen. Das ist bei Joker nicht der Fall, aber ich habe damit meinen, ich will jetzt nicht sagen, ich habe meinen Frieden mit ihm gemacht, aber ich bin fein mit dem Film, ist okay. Marc, bei dir? Ja, ähnlich. Ich finde ihn okay. Ich habe ihn auch nur zweimal gesehen. Ich fand ihn damals beim ersten Mal, habe ich mich halt sehr stark an dem ganzen Scorsese-Mesh-Up gestört, als ich das dann einmal verarbeitet hatte. Und auch viel, muss ich sagen, damals zu der Zeit, viel von Leuten, eben nicht aus der Film-Bubble, sondern Freunde, Freundinnen, die gesagt haben, boah, ich war da drin, ich fand das so krass, ich habe so mitgelitten mit dem und so. Das hat mich auch irgendwie beeinflusst, mir den direkt normal anschauen zu wollen. Da hat er mich ein bisschen mehr abgeholt einfach und ich konnte ein bisschen mehr darüber hinwegsehen. Es ist trotzdem jetzt kein Film, der für mich jetzt irgendwie so ein All-Time-Classic ist und den ich ständig gucken würde. Dann gucke ich dann doch lieber nochmal Taxi Driver oder King of Comedy. Und vor allen Dingen, muss ich sagen, so interessant jetzt die Diskussion war, dass ich jetzt einfach halt den zweiten Teil mir auch den ersten einfach nicht nochmal angucken möchte, weil ich jetzt einfach die Schnauze so voll habe von diesem Universum und jetzt auch darum den ersten nicht so schnell jetzt wiedersehen wollen würde. Alles klar. Dann danke euch dreien erstmal dafür. Bei mir trifft es sich eigentlich aus einer Mischung aus bei euch dreien. Anfangs damals gemocht, als er im Kino rauskam, weil ich dachte, okay, irgendwo mal eine Comic-Buch-Verfilmung, die mal ein bisschen anders wirkt, einen anderen Tonus trifft, sieht man halt auch nicht alle Tage. Da hat man dann über gewisse Schwachstellen oder gewisse offensichtliche Sachen halt ein bisschen noch drüber hinweggesehen. Aber über die Jahre und zwei Sichtungen mehr bin ich auch irgendwann mal zu dem Punkt gekommen, dass es jetzt immer, ich finde es immer noch auf einer produktionsästhetischen Seite finde ich es sehr gelungen, was an Bildern erzeugt wurden, wie das Szenenbild aussieht. Auch schauspielerisch hält der Film sich ganz gut, aber gleichzeitig denke ich mir, irgendwo inhaltlich ist der für mich ab einem gewissen Zeitpunkt in eine sehr falsche Richtung abgebogen, weil die Sachen, die er versucht zu kommunizieren, halt sehr mit dem Holzhammer, wie Timo schon sagte, gesprungen wurde und gleichzeitig aber auch einfach kein wirklicher Zeitgeist getroffen wurde, wo man den Film verorten möchte. Ich meine, wenn wir den 20 Jahren nochmal wieder schauen, über was wollen wir eigentlich da dann drüber reden? Wir reden jetzt über den Film, fünf Jahre später, weil halt jetzt eine Fortsetzung nochmal daraus gekommen ist. Wenn die nächste Joker-Illiteration kommt, werden wir darüber reden und wird es dann noch überhaupt dann eine große Diskussion um Joaquin Phoenix Joker als Joker-Figur dann noch geben? Wird das überhaupt noch irgendwie eine gewisse Zeitlichkeit haben? Da bin ich gespannt, wo sich das hin entwickeln wird. Das ist ja genauso, wie damals, als man gesagt hat, als Game of Thrones endete. Wir freuen uns, wenn irgendwann mal eine neue Adaption von Game of Thrones kommt, dann wird man halt nicht mehr über das Ende reden und man wird sich halt dann über die richtige Adaption freuen, wenn die Bücher auch irgendwann mal zu Ende geschrieben sind, bla, bla, bla. Und hier wird man halt auch irgendwann mal, vielleicht auch irgendwie, wenn es darum geht, wer hat den richtigen Joker letzten Endes verfilmt, wird der überhaupt noch in der Konversation so stattfinden? Oder reden wir halt mehr mit, erinnert ihr euch noch eigentlich an diesen Arthur Fleck, der angeblich der Joker sein sollte? Da bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Insgesamt noch ein solider Film immer noch für mich in seiner Gesamtheit, aber irgendwie in seiner Replay-Value gar nicht mehr wirklich existent ist bei mir. Und ich müsste jetzt auch nicht mehr wirklich zur Fairmedium greifen und den nochmal angucken. Und ich würde jetzt auch ein Double-Feature, wenn es mir angeboten werden würde, müsste ich das jetzt nicht zwingend nochmal mitnehmen. Gut, dann würde ich sagen, wenn niemand mehr nur noch irgendeinen Punkt aufmachen möchte, würde ich sagen, zieh mir weiter. Soll ich jetzt nochmal sagen, worum es den Joker geht? Nein. Ich glaube, ich glaube, das hat sich alles selbst erklärt. Na gut. Ich würde sagen, dann zieh mir weiter. Fünf Jahre später. Joker, folie, adieu. Und ja, ein besonderer Titel, den man sich ausgewählt hat. Und was hat man auch hier nicht im Vorfeld natürlich alles mitbekommen übers Casting. Man hat Lady Gaga als Harley Quinn dazugeholt. Man hat natürlich auch das alte Team so ein bisschen dahinter zusammengebastelt. Todd Phillips als Regisseur, Martin Lawrence Sher wieder an der Kamera gehabt. und Rocky Phoenix natürlich wieder in dieser, ja, man muss es ja schon irgendwie sagen, sehr karriere definierenden Performance, doch durch seinen Oscar-Gewinn hat man ihn reingebracht. Und ja, die Besonderheit natürlich daran, Joker 2, folie adieu, sollte dann ein Musical werden, hieß es dann in den Medien. Und alle waren entweder im Aufschrei, alle haben gesagt, was soll das? Oder alle anderen Leute haben sich gefreut. Ich war interessiert. Ich habe gedacht, okay, das ist mal ein ganz anderer kreativer Spin, den man darauf bringen möchte. Und ja, es fing aber erst mal, glaube ich, bevor das Ganze erst mal kam, fing es damit erst mal an, dass man die Frage stellte, braucht es überhaupt ein Sequel? Sollte es überhaupt ein Sequel geben? Und man hat ja schon ein paar Berichte gelesen, dass eigentlich Todd Phillips, glaube ich, nie ein Joker 2 machen wollte und das mehr so eine DC-Geschichte, also eine Warner-Geschichte sein sollte, dass sie unbedingt nach diesen Milliarden Dollar, die man eingespielt, natürlich irgendwo kann ja vielleicht ein zweiter Teil doch wieder auch genau dieselbe Summe an Geld vielleicht einspielen. Gerade weil es auch bei Warner, man könnte natürlich einen eigenen Podcast starten über all die Verfehlungen und Fehltritte, die diese Produktionsfirma und dieses Studio halt gemacht hat und David Zeslev, welche Fehltritte, der in seiner ganzen Organisation machte, könnte man drüber reden, aber am Ende wollte man letzten Endes auch wieder Geld daraus scheffeln und da würde ich eigentlich gerne mal einfach im Vorfeld direkt sagen, hat es eigentlich ein Sequel gebraucht, Timo? Nein, also ich habe das letzte Woche, als ich bei dem anderen Daniel, also bei Kino Plus saß, ich weiß gar nicht, ob es dann auch hörbar war, habe es wahrscheinlich so in mich reingemurmelt, der Film existiert, weil der erste Teil eine Milliarde eingespielt hat und ich bin da, weil Kino das auch gerade sagte, kann mich wirklich erinnern, wie oft es fiel, selbst als die 600 Millionen Grenze, als die 700 Millionen Grenze geknackt wurde. Todd Phillips hat sich jedes Mal hingesetzt und gesagt, nein, das ist ein Standalone-Film, ich möchte keine Fortsetzung drehen, wir haben alles erzählt, was wir erzählen wollten und so, je länger das dauert, desto mehr merkt man so, ja, die Schecks kommen oder die Mittel werden bewilligt, die Ideen werden ausgestattet und plötzlich kam dann, also ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber dieses Paraphrasierte oder ich paraphrasiere es mal, dieses, ja, wir haben es schon während der Dreharbeiten schon mal so unterhalten, wie so der Weg weitergehen kann und man denkt so, nein, das habt ihr nicht, also, und ohne zu spoilern, ich darf ja gleich den Inhalt von Folie adieu zusammenfassen oder muss es, man weiß es nicht, man merkt es dem fertigen Film ja total an, es ist ja erzählerisch wirklich, also, es ist wie so ein Ergometer, man tritt halt komplett auf der Stelle, das geht nicht voran und deswegen, der Zyniker mir sagt, nee, ein Sequel habe ich nicht gebraucht und es hat auch die Welt nicht gebraucht. Ja, Todd Phillips hat schon als Kind in Joker-Bettwäsche geschlafen und hat quasi schon Teil 2 in der Schublade gehabt, seit 40 Jahren und jetzt durfte er ihn endlich ausholen. Bis jetzt, zum Glück. Ich muss sagen, dass ich mich trotzdem irgendwie total drauf gefreut hatte, vielleicht gerade, weil ich vom Ersten jetzt nicht so vollkommen weggeblasen war, als ich dann den Trailer gesehen habe und ich hatte es auch nicht großartig verfolgt, was die da geköchelt haben, der hatte mich irgendwie total abgeholt, weil ich fand, der Look ist, finde ich fantastisch, ich finde auch, das ist auch eine der wenigen Sachen, die man über den zweiten Teil jetzt durchaus loben kann, dass er wirklich sehr, sehr gut aussieht, vor allem die Lichtsetzung ist wirklich echt exquisit, sieht alles wahnsinnig wertig und stimmungsvoll aus und ich war total abgeholt von diesem Bild mit den vier bunten Schirmen und dachte, ach krass, wir machen jetzt wirklich so eine Umbrellas of Cherbourg, La La Land mit Harley Quinn und ihm als Natural Born Killers und es wird total crazy und bunt und als Lovers on the run oder so knallen die sich jetzt durch den Film und jetzt ist er auch der Joker und ist auch verrückt und Lady Gaga finde ich eh vor der Kamera oft cool und die hat diesen gewissen Camp-Faktor, den ich da irgendwie, den ich mir gut vorstellen konnte und ich hatte total Bock darauf, ich habe wirklich mich richtig gefreut und war auch jedes Mal in der Trailer, der ungefähr acht Milliarden Mal über die Saison lief im Kino, immer noch irgendwie dabei und saß dann in Venedig ja in der ersten Vorstellung morgens von dem Film, total gut gelaunt mit großem Grinsen und Little Did He Know Ja, das ist dann Minute zu Minute immer mehr gestorben und ja, ich wollte auch dabei sein hier in dem Podcast, weil es einfach selten einen Film gibt, ich versuche eigentlich immer das Positive zu sehen und hacke jetzt nicht so gern auf Film total rum, aber der Film hat mich wirklich so wütend gemacht, der hat mich wirklich sauer gemacht, weil ich finde, das ist so unterm Strich eine der fehlgeleitetsten Produktionen überhaupt, um dann eine Frage zu beantworten, ob es das braucht, selten bis irgendwie nie hat ein Film finde ich so laut geschrien, das brauchte es nicht, das sollte nicht sein, das wollte auch niemand machen und der einzige Inhalt ist auch eigentlich diese Verweigerung, nämlich eigentlich die auf einer Meta-Ebene transportierte Aussage, dass man das auch nicht wollte. Vielleicht haben wir das schon ein bisschen auch bei Matrix Resurrections, fällt mir gerade ein, wo auch der Film eigentlich so thematisiert hat, dass wir das eigentlich gar nicht wollen, aber also ja, nein, hat es mit zehn Ausrufezeichen in Caps Lock, die Welt brauchte keine Fortsetzung, wie ich dann feststellen musste. Ja, wunderbar, dann bin ich ja mal auch sehr gespannt, wo wir uns jetzt gleich da auch hinbewegen werden. Du hast es ja schon angekündigt, Timo, du möchtest uns ja gerne nochmal einen kurzen Inhalt, einen Überblick geben, worum es in diesem Film geht. Versuche es, so lang wie du möchtest oder so kurz wie du möchtest, es ist alles erlaubt hier. Ich schiebe schon mal vorweg, dass der Pitch von Marc um Welten interessanter ist und einen schon wie ich ihn gehört habe als das, was wir bei Fouli Adieu bekommen. Wir bekommen nämlich ein Best-of, in Anführungsstrichen, einen Recap des ersten Teils in Ausschnitten und wir bekommen die Gerichtsverhandlung, in der die spannendste Frage gestellt wird, war Arthur es oder ist er unzurechnungsfähig? Und das ist ein Nail-Biter, Sondergleichen. Ansonsten passiert nicht viel. Es werden so ein paar Sachen angedeutet, so ein bisschen was mit dem Werter und Harvey Dent ist auch da, Spoiler-Alarm wurde mir schon vorgeworfen, aber welcher Staatsanwalt ist in Gotham? Harvey Dent ist in Gotham und das ist es auch. Lady Gaga singt ein bisschen, Joaquin Phoenix singt ein bisschen, mal schlecht, mal nicht so gut, je nachdem. Es wird viel geraucht in dem Film, also vielleicht doch der weltlängste Raucher-Welt-Werbespot, so ähnlich wie der Foo-Fighter-Spot damals, wo die cool rauchen ist. Joa, aber Marc hat's gesagt, der Film sieht wirklich gut aus. Sehr schön. Ja, ich denke, mehr muss man ja auch nicht wissen, bevor man in den Film reingeht und ich glaube, mehr muss man auch nicht mehr wissen, nachdem man den Film auch gesehen hat, letzten Endes. Wir wollen natürlich jetzt hier auch jetzt nicht ein komplettes Nachtreten jetzt machen, was der Film voll qualitativ jetzt hergemacht hat. Ich bin eher gespannt, was wir aus denen jetzt letzten Endes mitgenommen haben, also inhaltlich und auch gerade, weil ich interessant finde, ist ja auch so ein bisschen jetzt die Erst-Wochenend-Verschiebung, sowohl in den Diskussionen als auch, dass wir schon klar mitteilen können, dass das erste Wochenende auch wirklich suboptimal an der Kasse verlief mit 40 Millionen, die er in den USA eingespielt hat. Die Predictions vor vielen Wochen war bei 150 Millionen, die ist dann wirklich von Woche zu Woche immer kontinuierlich gesunken, bis man jetzt bei 40 Millionen ist. Also man schneidet schlechter ab als der wilde Roboter beispielsweise. Man schneidet schlechter als Beetlejuice schon teilweise ab. Also im Herbst ist es einer der jetzt der Filme, die komplett gerade ins Bankrott so ein bisschen gehen für 200 Millionen Produktionsbudget, Marketing mal ausgenommen. Und das ist ja schon allein eine krasse Ansage, dass halt auch der Cinema-Score zum Beispiel bei D-Lag, also schlechter als Megalopolis, schlechter als Madame Web, da gab es schon im Vorfeld, wie gesagt, sehr viel herumgetrampelt auf den Film. Marks Stimme war so eine der ersten, die ich ja dann auch mitbekommen habe. Eben am selben Tag noch haben wir kurz noch darüber geredet, was du aus der Venedig-Vorstellung mitgenommen hast. Und ich war auch schon ein bisschen beim Trailer schon ein bisschen mit Skepsis begleitet, wie das Ganze wird und war umso gespannter, ob ich es ähnlich empfinden werde oder nicht. Aber eins nach den anderen, was man auf jeden Fall als einen Film beobachten kann, sind natürlich diese zwei Ankündigungen letzten Endes, wie sie umgesetzt wurden. Zum einen Lady Gaga als Harley Quinn. Wie wird sie eingesetzt und Joker als Musical? Sowohl von der Inszenierung, von der Songchoice. Gerade bei Musical war ich schon ein bisschen sehr skeptisch, weil ich dachte, okay, die werden jetzt keine eigenen Nummern schreiben, Fragezeichen. Das war so ein bisschen mein Gefühl, weil ich hörte, okay, die werden jetzt irgendwie bekannte Songs irgendwie neu auflegen und anders vertonen. Wie war da bei euch die ganze Wahrnehmung, als ihr den Film geguckt habt? Wie war Musical? Wie war der Einsatz von Lady Gagas Harley Quinn? Daniel, mach mal bitte den Start dafür. Ich bin nicht der größte Musical-Fan. Ich war da aber bei Marc, weil ich mir gedacht habe, ey, wenn die das jetzt, also wenn die da vollkommen gaga gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und alles aus Joker rausholen, da wirklich die La La Land Schiene fahren, und du kannst das natürlich damit begründen, dass Joker eben Wahnvorstellungen hat und sich alles vorstellen kann, also kannst du auch alles da veranstalten und dann eben zu sehen, wie Lady Gaga zwar dazukommt, aber im Endeffekt viel zu wenig genutzt wird und eigentlich viel zu wenig zeigen darf auch, das hat mich so ein bisschen ernüchtert. Ich fand die erste halbe Stunde eigentlich noch vollkommen in Ordnung, gerade weil die Visualität den Film natürlich sehr trägt, die ganze Atmosphäre. Lady Gaga kommt ja mit dazu und die ersten Szenen fand ich eigentlich auch noch ganz stark und fand ich, das war auch eine einigermaßen gute Chemie mit ihr und Joaquin Phoenix, aber dann eben zu sehen, wie da Songs verwurstet werden, indem einer am Telefon steht und die andere vorm Schminkspiegel sitzt und nicht viel passiert und sie die Songs auch irgendwie nur hauchen darf, obwohl die Frau ja ein Megaorgan hat, fand ich sie eigentlich einerseits verschenkt, was die musikalischen Qualitäten angeht und auf der anderen Seite nach hinten raus viel zu wenig eingesetzt und sie wird irgendwann dazu degradiert, an der Seitenlinie zu sitzen und zuzuschauen, wie Arthur beziehungsweise Joker da ihre Nummern abziehen dürfen. Ja, ich hake mal ein, also ich finde, man merkt und das hat man am ersten Teil vielleicht schon erahnen können bei der großen Hommage an Scorsese, Todd Phillips erscheint mir nicht als gerade inszenatorisch wütend wollender Regisseur, also diese Musical Nummern, ich mache jetzt nicht schon wieder die Tüdelchen, ich zuckte hier schon, aber ich stelle jetzt auch mal Raum, dass Joker Folie Adieu kein Musical ist, weil dafür fehlt es an Musical-Merkmalen, also die Nummern, wie du schon sagtest, Daniel, die sind halt so hingehaucht, hingerotzt, will ich jetzt nicht sagen. In Musicals wird über Songs viel erzählt und hier wird über die Songs eigentlich nur noch mal etwas wiedergegeben, repetitiv wiedergegeben aus den ersten Teilen, es gibt keine Story-Entwicklung auf dieser ohnehin schon von mir angedeuteten, sehr, sehr geringen, Kaugummi-Blatt-Großen-Geschichte. Ich verstehe, also ich glaube, wenn man sagt, so bei Teil 1, man erfreut sich an dem Film und kann noch diese Hommage und diese Verweise genießen und sehen und hat ein zusätzliches Seherlebnis. Es ist bei Folie Adieu, ich habe mit einer Kollegin vom Tele-Stammtisch der Lieder den Film besprochen, unter anderem, und die hat diese ganzen Musicals, auf denen diese ganzen Nummern basieren, die kennt die, ich kenne die nicht und entsprechend gibt mir dieses Ganze nicht so viel. Ich bin, wie Daniel, auch jetzt der größte Musical-Fan. Immer wenn man das sagt, weiß man eigentlich, dass man Musicals hasst, so hart, wie ich es jetzt nicht sage, aber ich finde Musicals eher öde und ich fand Folie Adieu genauso öde. Vielleicht ist es dann doch ein Musical, zumindest in meiner Rezeption. Ich finde den Film hochgradig öde und wundere mich, dass auch ich jetzt zum dritten Marsch über diesen Film rede und auch tatsächlich Lust habe, darüber zu reden, weil es so Sachen gibt, die in diesem Kinojahr auch sehr spannend sind. Also es gibt, finde ich, eine sehr große Anzahl an großen Blockbustern, die wahnsinnig schlecht sind und ich finde Folie Adieu ist... Vielleicht singst du beim vierten Mal jetzt drüber. Es könnte sein, aber ich möchte es unseren HörerInnen und auch euch nicht zumuten. Anything goes. Ich weiß, was ich... Ich glaube zu wissen, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann und das ist singen. Aber es hat Rokim Phoenix auch nicht gestört. Das stimmt. Und das hört man ja jetzt überall, dass der Misserfolg programmiert war, weil die Fanbase von Joker keine Musicals mag und sehr viele Leute vorweg schicken. Ich mag keine Musicals. Ich wollte nur noch mal sagen, dass es aus meiner Sicht jetzt nicht daran liegt. Wie gesagt, ich hatte mich auf diesen Aspekt sogar gefreut, dass es nicht so ein grundsätzliches Ding ist, dass er ein Musical versucht. Wir haben ihm halt eben, haben wir Mr. Phillips im ersten Teil einmal Eier assistiert. Ich finde, die sind jetzt halt bei minus elf Grad komplett in den Körper zurückgeschrumpelt, weil dieser Film ist halt so eierlos in dem Sinne, bezogen aufs Musical, dass man halt diesen Unwillen halt so spürt. Man spürt halt, warum auch immer, wer die Idee hatte, einfach vielleicht nur, weil man, weil der Film halt, wie Timo richtig gesagt hat, so gut wie keine Story hat, komplett auf der Stelle tritt, sagt er, okay, wie können wir dem irgendwie denn zumindest den Anschein an Existenzberichtigung geben? Ja, durch ein neues Gimmick ist es jetzt ein Musical, aber man spürt einfach in diesen Nummern, auch wenn man Musical-Nummern mag, einfach diesen krassen Unwillen und diese Zurückhaltung, dass da einfach überhaupt keiner Bock drauf hat. Es wird halt, die sind halt so zurückhaltend, die Nummern und halt so, Timo hat es gesagt, inhaltlich treten sie eh auf der Stelle, aber auch formal. Er hat halt einfach überhaupt keine Lust darauf. Er verweigert sich komplett, das zu machen, was eine Musical-Nummer gut macht, nämlich irgendwie, was mit Choreografie, mit Licht, mit Farben und so zu machen, was der Trailer irgendwie noch suggerierte, dass das das Element ist, auf das wir uns so freuen können. Das ist einfach nicht da. Es ist so zurückgenommen, dass man diese drei Trailer-Shots hat, wo da irgendwie eine bunte Bühne, er hat gesagt, diesmal ist die Inspiration One from the Heart von Coppola gewesen. Ja, geschenkt so. Der ist trotzdem immer noch wesentlich bunter und fröhlicher als jetzt Fully Adieu. Und die Nummern sind einfach, wie alles an dem Film, einfach arschlangweilig. Die sind im Close-Up dahin gehaucht. Wie gesagt, es entwickelt keine Größe, es wird nicht wirklich fantastisch, obwohl durch die Geisteskrankheit des Jokers das ja total möglich gewesen wäre. Und es wirkt auch in diesen Szenen einfach nur, als ob einem das selber so ein bisschen peinlich ist, dass man jetzt diese Musical-Idee irgendwie hier durchgesetzt hat. Aber man hat dann halt nicht die Eier, das durchzuziehen. Und das ist natürlich der Todesstoß, wenn man eh schon wahnsinnig öder Film, in dem fast nichts passiert, dann auch immer wieder alle zehn Minuten von einer noch öderen Musiknummer noch weiter gebremst wird, in der dann noch weniger passiert. Also, ich finde den Film auch nicht nur schlecht, sondern ich fand ihn wirklich so paradox und irgendwie kaum zu fassen. Ich habe halt diese zweieinhalb Stunden, die ja auch geht, wirklich immer mehr überlegt, was denn wohl die Gründe sind, dass wir das jetzt sehen. Wie konnte es dazu kommen, dass das von allen Instanzen durchgewunken wurde, obwohl es ja so offensichtlich keinen Unterhaltungswert hat? Und auch eigentlich hätte klar sein müssen, dass das Ding jetzt gnadenlos floppt, was es ja auch tut. Das finde ich einfach sehr, sehr mindblow irgendwie. Und da der Film nichts anderes bietet, war das eigentlich, worum meine Gedanken so kreisten. Wer dachte, dass das eine gute Idee ist in dieser Kombination und in dieser Lustlosigkeit? Und wie kam das, dass wir dafür 190 Millionen auf den Tisch geblättert haben? Also, diese Fragen finde ich tatsächlich sehr spannend und das würde mich viel mehr interessieren als der Film. Es ist auch bezeichnend, auch, dass die beste Tanzchoreografie des ganzen Films, letzten Endes der Tanz, aus dem ersten Teil ist, der nochmal als Rückblende gezeigt wird, wie er vor dem Spiegel steht, nachdem er seinen ersten Mord begangen hat. Vielleicht ist das ja auch die Genesis dieser Musical-Idee. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Diese, die wurde ja auch sehr viel gelobt, diese Tanzszene mit dem auch ziemlich geilen Theme, was da läuft. Vielleicht ist da ja die Idee entstanden. Ich weiß gar nicht, ob Philipps irgendwas Ähnliches gesagt hat. Ich finde es halt so bedenklich, wenn ich überlege, dass mir der erste Teil, und wir haben jetzt fast ein gutes Stündchen über ihn gesprochen, aber dass der mir jetzt inhaltlich gar nicht so viel Ambivalenz gegeben hat, wie ich gedacht hätte. Es gibt so ein, zwei Szenen, wo wir einfach einen unzuverlässigen Erzähler haben und wir zweifeln so ein bisschen und das Ende, ähnlich wie Mark ging es mir auch damals, dass ich dachte, okay, was soll dieses Ende? Da habe ich sehr mit gefremdelt und jetzt macht Todd Phillips eigentlich das, was so viele machen, dass sie einfach Dinge dann doch zu Ende erklären. Also wir erfahren ja jetzt dann, dass diese Morde keine Einbildung waren, also dass sie stattgefunden haben, dass also ein Prozess stattfindet und dass diese Tagfluchten, die Arthur im ersten Teil ja auch hat und die dann aber bei ihm meist dazu geführt haben, dass diese Gewalt entstanden ist, hier flüchtet er halt in eine Performance, hier wird dann halt gesungen, hier wird dann eine, Lady Gaga angehimmelt und zwar im Gerichtssaal auch und das fand ich wirklich inszenatorisch wie auch inhaltlich ziemlich dünne und das hat mir auch, wie Mark, den Spaß an dieser ganzen Geschichte Folie Adieu zunehmend geraubt. Also ich war schon von Anfang an gar nicht so heiß auf den Filmen und je länger er ging, desto weniger, ich ging auch wirklich, man muss das ja vielleicht dazu sagen, man muss ja nach so einer Presseverführung immer so ein Statement abgeben und ich habe alle Kollegen vorgeschickt, weil ich dachte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und ich stand da auch so, ich habe auch gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich glaube, ich muss jetzt erstmal über diesen Film reden, damit man mir mal erzählt, was ich davon halten soll und je mehr ich darüber rede, desto schlechter wird für mich der Film. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch unfassbar schade auch, dass das inszenatorisch eben so mühelos letzten Endes war, weil, Mark, du hast es auch schon richtig gesagt, es war für mich der einzige wirkliche Selling Point, warum ich überhaupt einen zweiten Teil habe, weil man eben diese manische Musical-Idee irgendwo sich auch unserer Schuld wegen natürlich auch selbst im Kopf vorgestellt hat, wie dieser Film sein kann, wo die Möglichkeiten, die die hätten sein können, dass es irgendwo einfach nur schade, dass es dann letzten Endes mit so einem Desinteresse begegnet wird und letzten Endes prälst du damit nicht nur ein Publikum, das halt gar keinen Bock auf eine Musik hat und verprälst dadurch auch noch das Publikum, was Bock gehabt hätte, ein Musical zu sehen, die Leute, die Musicals mögen. Ich mag Musicals sehr gerne und ich mag auch gerade, gerade wenn du dich auch aus Musicals ein bisschen raustraust und originell bist. Es muss ja nicht La La Land sein, es muss nicht West Side Story sein, es kann auch so ein Film à la Annette zum Beispiel sein, was man vor ein paar Jahren hatte, von Leo Karat zum Beispiel. Es hätte alles sein können, aber letzten Endes bekommen wir halt, keine Ahnung, over the shoulder und Schuss-Rückschuss-Kamera-Einstellungen, die halt uninspirierter nicht sein könnten und das stößt einem auch gewiss sauer auf, wenn man sich irgendwo verarscht fühlt. Der Film will das auch natürlich, dass wir genau so auch denken und genau das auch empfinden, weil Marc hat das auch schon gesagt, der Film möchte es ja auch eigentlich gar nicht. Der Film, beziehungsweise Todd Philipp, möchte eigentlich diesen Film auch nicht machen und das lässt ja auch jeden in diesen 100, was sind es, 138 Minuten, die der Film geht, auch schmerzlich spüren letzten Endes. Ja, das ist ja mittlerweile so die Konsens-Lesart, dass der Film ein einziger Mittelfinger ist, ein Statement von Todd Phillips, ich hatte keinen Bock, den zu machen und vor allem natürlich, da kommen wir jetzt bestimmt zu, die Abrechnung mit den Fans des ersten Teils, alle die, die den Film falsch verstanden haben. Davon will man sich ja jetzt ganz weit distanzieren und sagen, was seid ihr für Idioten? So war es natürlich nicht gemeint. Fickt euch und fickt alle, die ihr in diesen Film gegangen seid. Ich will nochmal zur Diskussion stellen, sind wir uns sicher, dass das so ist? Ist das etwas, was im Hollywood-System wirklich funktioniert? Dass man da so einen angekündigten Mittelfinger einfach für 200 Millionen auf die Leinwand fliegen lässt, indem man sich selbst einfach nur vom eigenen Film distanziert und vor allem von dem Erfolg des Erstlings? Oder gibt's auch zumindest vielleicht die Möglichkeit, dass wir hier einfach nur erzählerisch krasses Unvermögen sehen und halt einen extremen Stillstand und Unentschlossenheit und ein Nichtwissen, was man eigentlich erzählen will oder was die eigene Figur eigentlich aussagt und es deswegen so verquast ist, dass ich hab da auch keine definitive Meinung zu, nur, ich frag das nur, weil ich jetzt über das Wochenende mitbekommen habe, dass wir eigentlich schon bei dem Konsens angekommen sind, dass, wenn der Film eine Qualität hat neben der Optik dann, dass er halt so ultra-edgy ist, dass er halt allen ins Gesicht sagt, ihr seid doof, ich bin doof, die Welt ist doof und ich hab dafür 200 Millionen Dollar verballert. Es kann sehr gut sein, dass es so ist, ich frag mich nur, ja, ist das wirklich möglich im DC-Comic-Warner-Brothers-Universum, wo es um solche Beträge geht oder ist vielleicht sogar das noch ein bisschen zu viel Goodwill für Todd Phillips? Trauen wir ihm mehr zu, als er es letztendlich abgeliefert hat, ist die Frage dann. Also bauschen wir das auch so künstlich auf. Also ich fand ja schon den ersten in seiner ganzen Aufgeblasenheit da manchmal schwierig in der Rezeption. Und jetzt haben wir es das zweite Mal und ey, wir haben mit Warner eine Company dabei, wo Filme eingestampft werden und nicht veröffentlicht werden, weil sie den hohen Ansprüchen und weil sie die DC-Marke verwässern würden. Und dann siehst du sowas wie Folie Adieu, man geht so richtig in Ranch-Stimmung, wenn so vier Leute auf dem Haufen sitzen und den Film nicht mögen. Das habe ich zumindest jetzt bisher die Vibes habe ich hier vernommen, dass man sich so fragt. Also okay, und dafür habt ihr jetzt, also das kommt aber ohne mal so einen Feinschliff in Sachen Drehbuch oder auch ein bisschen Schere an der richtigen Stelle, also ein bisschen kürzen, ein bisschen straffen. Das kommt so ins Kino? Also seid ihr sicher? Ja, da verstehe ich zwei Sachen halt nicht. Also einerseits war es ja wohl so, dass Warner gesagt hat, ey, du hast uns einen 1-Milliarden-Dollar-Film gemacht, du hast quasi eine Carte Blanche und darfst dein Ding machen. Es gab ja wohl nicht mal Test-Screenings für den Film, sondern die haben einfach gesagt, du machst das schon, Todd, wir glauben dir da. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber, diese Stellung bekommst du ja nur, wenn du vorher einen finanziell erfolgreichen Film gemacht hast. Und da würde ich mir als Todd Phillips halt nicht sagen, da zeige ich es doch jetzt mal allen hier, den 10% Insults, die meinen Film falsch verstanden haben, den zeige ich jetzt immer so mal richtig und lass dir mal einen vom Leder. Ist mir egal, ob der Film erfolgreich wird oder nicht. Weil wenn du den nächsten Film halt nicht erfolgreich machst, dann wird Warner beim nächsten Mal entweder es gar nicht sagen, mach uns nur mal einen Film oder da heißt es dann wieder, ja, du kannst den machen, aber mit kleinem Budget und wir gucken da ganz genau drauf, was du machst und wir reden dann irgendwie hier und da nochmal ein Wörtchen mit. So auf der einen Seite, Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, diese aktuelle Diskussion und Lesart auch dadurch zustande gekommen, dass es ja auch durchaus Menschen gibt, denen der Film gefällt, die aber größtenteils damit argumentieren, dass die Leute, die den Film nicht mögen, ihn nicht verstanden haben, weil es eben diese Mastermind-Dekonstruktion des Jokers als Symbol ist und sich ja eigentlich nur um Arthur Fleck dreht. Und ich glaube, dass diese Positivdiskussion noch mal dazu führt, dass eben der Fokus auf diesen Storystrang gedreht wird, gelegt wird und du in dem Sinne ja kaum noch in die Argumentation reinkommst, die Marc eben aufgemacht hat, ob da überhaupt Hirnschmalz reingeflossen ist und ob da überhaupt irgendjemand Bock hatte, irgendwas zu machen. Und das Krasse ist ja, du sprachst jetzt diesen Insel-Vorwurf des ersten Teils an, den habe ich nie verstanden. Ich finde ihn jetzt, ich weiß halt nicht, inwieweit wir jetzt schon in Spoiler-Territorien uns befinden. Ich finde, wenn man das dem zweiten, also dem ersten vorwerfen kann, dann kann man es dem zweiten durch eine Figur noch viel mehr vorwerfen, weil auch da jemand etwas tut, im Stich lässt, wo man diese Insel-Bewegung eher motivieren könnte, zu sagen, ah, siehste, genau so ist es, haben wir immer gewusst. Und das finde ich, also ich finde, dieses ganze Bohai des zweiten Teils, was die Dinge, die am ersten kritisiert wurden, also du hattest das ja auch so ein bisschen Kurskorrektur genannt in unserem Sheet. Ja, ich finde, Todd Phillips korrigiert hier ähnlich damals wie Zack Snyder zwischen Man of Steel und Batman wie Superman diese Dinge, Stichwort Kollateralschäden und wir zeigen aber gar nicht die Auswirkungen, was hier da an bösen Dingen eigentlich da nebenbei passiert. Genauso ist es hier auch. Ich finde, hier sind so Dinge drin, die so versuchen, das zu rechtfertigen, was im ersten Teil gemacht wurde, dieses nicht erklären, aber zumindest so ein bisschen verwässern. Und ich finde es spannend, dass wir hier, ich schimpfe das ja gerne mal Morbus Nolan-Fanbase, dass wir auch hier diese Bewegung haben, ja, wenn du den Film nicht gut findest, hast du nicht verstanden. Das ist eigentlich traurig und das ist echt schade und letzter Aspekt, weil wir auch nochmal das, was du meinst, Marc, mit dieser, glauben wir eigentlich, dass man für 200 Millionen trollen darf. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, wir reden jetzt ja nicht über Shyamalan's Trap vor ein paar Wochen, wo ich schon eher das Gefühl hatte, das ist der große, ja, ihr denkt, ihr seht jetzt einen Shyamalan-Film, ja, ist ein ganz anderer Film. Ich mache einfach einen ganz normalen Thriller mit ein paar Wendungen. Das fand ich schon eher Mittelfinger, aber der war halt auch, ich würde mal sagen, mein Bruchteil finanziell aufwendiger oder vom finanziellen Aufwand her vergleichbar mit Joker, Fouliadeu. Also, ich glaube das nicht so ganz, dass wir hier einen 200 Millionen Dollar teuren Mittelfinger für alle dann ja irgendwie sehen, weil Comic-Nerds sind verprellt, das Studio dürfte verprellt sein aufgrund der Ergebnisse, Fans des ersten Teils, wie oft habe ich gelesen, ja, wenn ihr den ersten Teil mögt, heißt das noch lange nicht, dass ihr den zweiten mögt. Ich frage mich halt, für wen soll der Film dann was sein? Ja, und die Musical-Fans, die reingehen und sagen, ja, dann sehe ich halt ein cooles Musical, aber edge, dann guckst du halt auch in die Ruhe. Und die Lady Gaga-Fans. Und die Lady Gaga-Fans, und die Joaquin Phoenix-Fans, die auch wieder sagen, das ist doch wieder das Gleiche. Aber Fans guter Kameraarbeit, die sind hier genau richtig. Das stimmt, ja, Beleuchter, zukünftige Beleuchter sind hier richtig aufgehoben. Aber es ist ja einfach so bezeichnend, dass der Film auch für die so die glühende Verehrung und Verteidigung auch einfach nichts anderes anbietet. Du kannst auch nur damit argumentieren, dass seine dramaturgische, dass sein dramaturgisches auf der Stelle tränen, sein totaler Stillstand, seine Lustlosigkeit halt das Konzept ist, warum er existiert. Das ist so der einzige Punkt, den du eigentlich so wirklich rausgreifen kannst, um zu sagen, das ist ein Meisterwerk. Und der Wunsch, einen Film zum Meisterwerk zu erklären, ist immer groß in bestimmten Lagern. Deswegen finde ich das so bezeichnend, dass wir eigentlich nur diese Argumentationen immer hören. Und selbst wenn wir uns darauf jetzt einlassen, wie wack ist das denn bitte? Also wie wack wäre das gewesen, wenn wir Clockwork Orange 2 gehabt hätten, wo Kubrick die ganze Zeit sagt, ja übrigens, ich hab das nicht so gemeint, Alex ist schon echt ein böser Typ gewesen, so glaubt das nicht. Und das haben wir ja hier im Prinzip wirklich. Also diese ganze Courtroom-Drama-Sektion, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das ist ja mit das zählste, was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ein wirklich so ereignislose Stunde Film, in der wir ein, das langweichste Courtroom-Drama der Welt sehen, weil Courtroom-Dramen brauchen halt gute Dialoge, spannende Wendungen, Enthillungen. Wir haben hier nichts, wir haben halt Figuren, die uns nochmal erzählen, was wir schon wissen, was wir im ersten Teil gesehen haben, die dann alle nach der Reihe in den Zeugenstand kommen und das halt nochmal erzählen. Und in diesem Block wird halt dann sehr klar, dass das halt alles nicht so gemeint war, dass der Joker eine glorifizierte, positive, coole Heldenfigur ist. Das wird dann sehr, sehr deutlich. Deswegen verstehe ich total, dass dieser Kurskorrektur-Punkt so immer wieder genannt wird, aber das würde doch auch, wenn das jetzt, wenn die Dekonstruktion das Ziel war, dann würde ich ja mal behaupten, wir wären jetzt alle nicht komplett dagegen gewesen, dass man das machen kann. Es würde einen noch nie befreien, einen irgendwie interessanten Film abzuliefern. Einen Film, der irgendwas gibt, der irgendwie Spannendes dir irgendwie dich mitnimmt. Und es gäbe ja auch andere Wege, diese Kurskorrektur einzuschlagen und diesen edgy Mittelfinger zu machen. Aber das, was wir jetzt haben, ist einfach ein so fehlgeleiteter, verquerer Film, dass ich ihn wirklich auch nicht wirklich verstehen kann. Ich kann wirklich nur verstehen und darum ist das Spekulieren aber vielleicht auch so interessant, weil man halt irgendwie auch nach vielen Gesprächen finde ich für mich jetzt nicht so richtig dahinter komme. Was ist denn hier eigentlich genau gelaufen? Was ist denn eigentlich das Problem? Du hast ja eben als Beispiel schon Matrix Resurrections genannt, wo es ja ähnlich war, dass ein Film zustande gekommen ist, weil es hieß, entweder machst du den oder wir setzen da jemand anderen an die Marke, die du eigentlich mit erschaffen hast. Und da habe ich teilweise auch da gesessen und habe gedacht so, ist das jetzt absichtlich schlecht oder könnt ihr es gerade nicht besser? Was geht denn hier eigentlich ab? Und genau dieses Gefühl hatte ich hier bei Joker, ich sage mal Joker 2, weil ich spreche es bestimmt falsch aus, bei Joker 2 auch, dass ich mir zwischendurch gedacht habe, selbst wenn du bestimmte Dinge aussagen möchtest, dann kannst du das auch interessant und subtil machen und quasi die Stärken aufgreifen, die dir andere attestiert haben beim ersten Teil, dass du eben nicht nur der 0815-Superheldenfilm bist, machst es eben ja auch in einem zweiten Teil in einer gewissen Art und Weise interessant. Aber so ist es halt die Lesart, du hast einen Arthur Fleck in dieser Gerichtsszene, der irgendeinen Kauderwelsch von sich gibt in einem Südstaaten-Akzent und du kannst es entweder so argumentieren, dass du sagst, damit möchte Todd Phillips die Figur der Lächerlichkeit preisgeben, um dieses Symbol einzureißen oder du sagst halt, ja, ihr hattet halt nichts zu erzählen, weil der Case ist ja ganz klar, der Typ ist schuldig und was soll er sich jetzt hier selbst verteidigen? Er wusste nicht, was er ihm für Worte in den Mund legen wollte und das kannst du halt so oder so sehen. Ich glaube, wir sind eher auf der zweiten Seite der Medaille. Und ein anderes Beispiel auch dafür letzten Endes, ist, dass wir wahrscheinlich auch Todd Phillips einfach hier zu viel wieder zugemutet haben in diesem Diskurs, ist zum Beispiel, ich hatte beispielsweise in der Vorplanung die Idee gehabt, irgendwie erinnert mich ja diese Sache von, okay, es geht ja eigentlich nicht um einen Joker, es geht um einen Arthur Fleck, dem attestiert wird, letzten Endes der Joker zu sein. Da habe ich mich ein bisschen an diese Batman-Animated-Series-Folge erinnert, weiß nicht, ob ihr die vielleicht noch kennt, The Man Who Killed Batman hieß die Folge, wo ein ganz normaler, keine Ahnung, Low-Life-Gangster letzten Endes quasi damit gefeiert wird. Ich habe Batman getötet, ich habe Batman getötet und so weiter und so fort und plötzlich jeder Kriminelle Jagd auf ihn in der ganzen Stadt macht und selbst dann auch vor Gericht sich verwahren muss und der Richter ist Joker zufälligerweise. Und da habe ich dann irgendwie wieder darum gedacht, wie interessant wäre das ja auch geworden, wenn man genau, okay, du machst diese Geschichte darum, du erklärst der Welt, dass du keinen Joker-Film machst und lieferst dann halt vielleicht auch eben diese Für- und Gegenargumente, aber du präsentierst das ja letzten Endes gar nicht. Es ist letzten Endes ein Zugeständnis von ihm, dass er sagt, jo, hör mal Leute, das ist halt eben einfach nicht der DC-Joker, es ist nicht der Joker, den ihr alle glaubt zu kennen, es ist halt eine Story über Arthur Fleck gewesen und ich wollte unbedingt meinen gritty Loner-Cinema-Film machen letzten Endes, der unter einer IP halt stattgefunden hat. Und irgendwo schäme ich mich darin, dass mein Film dann unter dieser IP stattgefunden hat. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, es ist ein Film, der sich nur rechtfertigt, rechtfertig, rechtfertigt, in die Defensive dabei aber auch sehr stark geht. Und Timo, du hast ja gerade auch nochmal diese Insel-Vorwürfe letzten Endes, die eher auf den Lady Gaga-Charakter, sondern auf den Harley Quinn-Charakter umgemünzt werden, die für mich dann selbst dann so dabei wirken, als ob der Filmemacher selbst ein Insel ist, weil das dann auf eine Frauenfigur alles überträgt, was da für mich widersprüchlich ja nicht sein könnte. Und ab da, ab diesem Zeitpunkt, als diese Szene auch im Film stattgefunden hat, habe ich mir gedacht, keinen Punkt mehr und er widerspricht sich halt jetzt auch absolut nur noch selbst. Ja, weil er auch da sicher, also nochmal die vorsichtige Bemerkung, wir sind ja ein bisschen im Spoiler-Bereich oder zumindest droht jetzt die Gefahr, dass wir auch was erzählen, was so Entwicklungen angeht, die jetzt Leute in dem Film noch nicht gesehen haben. Den hat da sowieso keiner gesehen. Ja, das ist ein gutes Argument, ein totes Argument von Daniel. Sehr gut, dann Feuer frei. Es ist ja nichts Neues, dass jetzt, also wenn Figuren Arthur im Stich lassen oder er selber dafür sorgt, dass sie im Stich lassen, Stichwort Verteidigerin, auf einmal entlässt er seine Verteidigerin, weil Lady Gagas, also Harley das möchte, also die tut ihr nicht gut, so nach dem Motto und gleichzeitig sagt die Pflichtverteidigerin, ja, aber Harley tut ihr nicht gut. Also dieses, und jetzt hast du das Gefühl, dass Arthur sich selbst so, sich selbst in eine Situation bringt, in der er alleine ist und in der Gefahr läuft, sich selber halt auch, das passiert ja auch, der Lächerlichkeit preiszugeben. Dann kommt ein Arschloch von HW Dent, also wirklich, ich habe das auch bei uns im Podcast gesagt, ich finde, nur ein Startsabteil in den letzten zwei Kinojahren finde ich unangenehmer, das ist der aus Anatomie eines Falls. HW Dent ist ganz, ganz, ist fast piekt auf Platz zwei, aber du fragst dich am Ende, okay, und wo führt das alles hin? Und dann gibt es ja tatsächlich zumindest zwei Dinge, die ich im Ansatz ganz spannend fände, aber die Philipps ja auch beantwortet, also es ist halt so, dass er nichts stehen lässt. Spoiler, es gibt ja eine Verurteilung, aber wir wissen gar nicht, wie die Strafe aussieht, denn was wir zumindest außer Vorgeschichte wissen, ist entweder es ist die Schuldstrafe, die dir droht, oder du kommst halt lebenslang nach Arkham, weil du nicht zu rechnungsfähig bist. Aber wir hören die Schuldsprüche, wir hören aber nicht das Strafmaß, was verkündet wird. Da blendet Arthur halt mal wieder weg und zeigt mal wieder, du bist kein zuverlässiger Erzähler, wir können dir eigentlich gar nichts glauben. Und dann gibt es eine Schlusssequenz, die man lesen kann, wie man will, das ist alles irgendwie total, auch mit dem Holzhammer erzählt, auch da wieder keine Nuancen und gleichzeitig denkst du so, ja okay, also ich verstehe das schon, Philipps, dass du jetzt auch wieder sagst, so das System regelt quasi selbst. Also wie im ersten Teil das Böse-Böse, die Böse-Böse-Gesellschaft, die Bösen-Bösen-Mächte sind auch hier wieder dabei, das Zweiten zu walten. Und das sind dann manchmal sogar, das gebe ich Philipps tatsächlich, das ist ein spannender, konsequenter Ansatz, den er hier auch in Folie Adieu nochmal reinpacken kann. Nur ist er halt, ich wiederhole mich gleich zum sechsten Mal, ich bin wie Todd Phillips, ich wiederhole mich einfach, das ist halt wirklich wenig nuanciert und differenziert und vielleicht bemessen wir das Ganze und geben dem viel zu viel Beachtung. Ja, bestes Beispiel sind ja auch die Wärter, die natürlich Arthur drangsalieren, ja auch Teil des Systems sind. Of course, ja. Die Staatsgewalt. Die die alten Wunden seiner Kindheit aufreißen, das ist natürlich als Kind missbraucht worden, das wird ja im ersten Teil schon gesagt. Und da wird natürlich auch so ein bisschen drauf rumgeritten, dass Arthur ja eigentlich der arme, bemitleidenswerte Typ ist, der zu wenig Liebe abbekommen hat von der Gesellschaft, vom System und natürlich auch von seinen Eltern in der Kindheit und deswegen so geworden ist, wie er geworden ist. Aber das ist auch nur eines von vielen Themen, was der Film irgendwie so reinwirft, in der Hoffnung, dass irgendwas irgendwie kleben bleibt, genauso wie diese Lachkrankheit, die ja im ersten Teil noch voll das Ding war, die jetzt hier irgendwie in einer oder zwei Szenen nochmal so kurz ausgepackt wird, wahrscheinlich auch wieder für den Trailer-Shot, die ansonsten überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das ist weg aus der Figur eigentlich, der hat dieses Lachen nicht mehr. oder so viele andere Dinge. Wir sind ja im leichten Spoiler-Bereich, diese Enthüllung über Lady Gaga, dass sie eigentlich keine wirkliche Insassin ist, sondern sich da halt rein. Also der Film und Arthur reagiert nach so, ach echt? Das ist aber irgendwie gemein, oder? Ach ja, okay, na gut, dann lass trotzdem weiterreden. Es ist so weg inszeniert, dass ich wirklich so sprachlos war, wie uninteressiert dieser Film an irgendeiner Entwicklung, Konflikt, Drama, an alles, was eine Geschichte eigentlich antreibt, ist. Also das ist wirklich, finde ich, an der Stelle zum Beispiel fand ich das bizarr, wie wenig ein Ding daraus gemacht wird, dass hier quasi die zweite Hauptfigur, zum Beispiel das ist so angelegt, sich als Verräterin entpuppt und unseren arm Arthur eigentlich ja noch viel tiefer in die Spirale runtertritt. Aber erst mal so, er echt, ah, okay, cool. So, weiter im Text. Es hat eigentlich so keine Konsequenz, keine Relevanz und der Film macht auch nichts damit. Also selbst wenn er mal sowas wie ein Plotpoint, sowas wie eine wirkliche Entwicklung hat in einer Szene, dann fühlt sie sich trotzdem so an, als würde nichts passieren, weil einfach irgendwie alle so wahnsinnig lustlos bei der Sache sind. Ja, und ein letzter Aspekt, den so inhaltlich ich dann, ich weiß gar nicht, was ich von ihm halten soll, aber da sind wir halt wieder bei dieser Insel-Geschichte. Es ist jetzt zum ersten Mal, zumindest wenn ich es richtig weiß, so das Harley Quinn mal die, ich will es nicht, die manipulative Kraft, aber zumindest ist sie nicht das, was sie in den Comics meist ist und auch in den bisherigen Verfilmungen, dass sie so ein bisschen eine Art von Opfer-Spielball des Jokers ist. Hier ist es halt gefühlt zumindest mal andersherum. Und das kann man halt spannend finden, das Problem ist halt nur, dass es aufgrund der Vorwürfe des ersten Teils, nochmal Stichwort Insel, dass es einfach einen sehr faden Beigeschmack hat, wie dann hier der Film quasi dieses Rollenverständnis umdreht und das umkehrt. Und das fand ich am Ende des Tages dann vielleicht viel problematischer als all das, was in Teil 1 immer uns vorgehalten wurde, das sei problematisch. Das ist es ja auch letzten Endes, weil es ist halt ein Insel-Standpunkt halt dann, aus dem das herauskommt, dass halt die Frau wieder die manipulierende Kraft ist und den Mann dafür dann schonungslos für seine Mental Illness dafür ausnutzt. Das ist halt genau, ich habe letztens einen anderen Film gesehen, der auch einen ähnlichen Punkt darüber ausmachen wollte. Und da habe ich mir auch gedacht, das schreit genau danach letzten Endes. Genau, und sie ist ja dann in dem Sinne auch nicht auf irgendeinen Mann aus, sondern auf einen in dem Sinne sehr berühmten Mann in den Kreisen, in denen sie verkehrt. Das heißt, sie will ihn ja nicht nur manipulieren, sondern sie möchte ja auch so ein bisschen den Fame abhaben, wenn man so möchte. Ja, darum schmeißt sie random Fernseher-Fensterscheiben ein. Ja, auch in so einer Szene, wo ich mir denke, es ist auch wieder so ein Bild für einen Trailer, was irgendwie weder, das hat einfach keinen Point und keinen Sinn. Also es macht überhaupt keinen Sinn im Verlauf des Films, warum sie das tut. Und der Film ist voll von sowas. Aber weiter, was wolltest du zu ihr noch sagen? Zu Harley? Ich habe mir in dem Trailer schon gedacht, sie weiß schon, dass er dann keinen Strom mehr hat und sie ihn dann nicht mehr sieht. Also ich habe auch irgendwie nicht verstanden, was sie dann mit diesem Fernseher anfangen möchte. Ne, was ich sagen wollte, war, ich verteidige ja ungern Fandoms und bin eigentlich nicht einer von den Typen, die sagen, ja, das ist ja bei Ihnen der Vorlage, das ist ja woanders, als Sie das jetzt zeigt. Aber ich hätte es eigentlich auch geil gefunden, wenn Harley wie in der Vorlage Therapeutin gewesen wäre. Nicht einfach irgendeine Insassin, die ihm da begegnet, die eigentlich genauso ihre mentalen Probleme hat wie er, sondern dass sie ihm erliegt. So wie es halt eben auch in der Vorlage ist. Also es muss ja gar nicht so sein, dass sie dann hinterher auch wieder so unterwürfig ist, sondern das kann sich ja vielleicht auch gegenseitig bedingen. Ich hatte eigentlich schon so den Eindruck aufgrund der Trailer und den Dingen, die da versprochen wurden, dass es hinterher so eine Beziehung auf Augenhöhe ist. Aber dass er quasi mit den Problemen, die er hat, auf jemanden trifft, der ihm zuhört, wo er vielleicht auch Vertrauen in dieses System gewinnt und sie auf der anderen Seite quasi hinter den Spiegel schaut und auch mal jemanden von der anderen Seite so ein bisschen trifft, in den sie sich verguckt. Und dass es auf die Art und Weise geschieht. Also das hätte ich wesentlich spannender gefunden, als so wie es dann eben da rausgekommen ist. Ich laufe da vorbei, da ist eine, die singt und die guckt mich an und dann macht die dieses Pistolenzeichen, wie die eine in dem Aufzug aus dem ersten Teil, die ich da kennengelernt habe und ganz cool fand. Ja, dann gibt es halt so seine Dinge. Du bist Taxi-Driver-Fan, ich bin Taxi-Driver-Fan, let's meet up. Genau. Ich bin nicht aus Zucker, ich bin aus Marmor. Aber diese, jetzt kann ich es noch mal mir konfirmen lassen, wie gesagt, den Film frühmorgens gesehen, diese Bilder, die im Trailer so der Höhepunkt sind, wenn sie zusammen die Treppe runtergehen und irgendwie in die Luft kicken und so, die sind nicht im Film, oder? Da habe ich nicht kurz geschlafen, oder? Die sind gar nicht im Film drin. Die sind nicht drin. Auf die habe ich die ganze Zeit gewartet, aber die kamen halt einfach nicht. Ja. Ja, was ja eigentlich nicht schlimm ist, wenn du Szenen verwendest in einem Trailer, die halt hinterher nicht vorkommen, aber wenn es halt so eine markante Szene ist, wo du dir schon in gewisser Art und Weise ausmalst, in welche Richtung es laufen könnte und das ist dann nicht drin, das ist dann schon ein bisschen irre. Ja, vor allem jetzt, die einzige Szene wäre, in der was passiert und die würde uns dann ausgerechnet vorenthalten, das ist halt dann wirklich ärgerlich. Warte mal, ab nachher kommt Todd Phillips' Joker Folie Adieu raus als Vier-Stunden-Version und wird nur bei HBO Max gezeigt und wir alle sagen, was? Das ist ja a whole different movie. Ja. Der Air-Kick-Cut. Der Air-Kick-Cut, ja. Der Bat-Hool-Cut, ja. Eine andere Sorge, die ich übrigens auch irgendwie für die Zukunft von FilmemacherInnen habe, die sich hoffentlich an diesem Film einfach kein Vorbild nehmen, Ich hoffe irgendwann, dass wir diese ganze Internet-Debatten-Kultur irgendwann mal aus den Filmen auch einfach rausnehmen, dass es halt einfach nicht mehr anfängt, in die Filme mit reinzufließen, dass FilmemacherInnen irgendwie Sachen im Internet durchlesen und dann irgendwie anfangen, sich entweder selbst recht zu fertigen oder halt Kommentare daraus in Filmen reinfließen zu lassen. Das ist so ein Trend geworden, den ich irgendwie in mehreren hochbudgetierten Filmen vor allen Dingen immer beobachten darf, dass immer irgendwie ein Kommentar auf Reaktionen halt gezeigt werden müssen. Ich hoffe, dass das nicht Einzug erhält einfach in die Arbeit von Filmschaffenden, weil ich habe Angst, dass es halt dann der Erzähler, also dass die Erzählung darunter komplett leidet und dass wir jetzt jeden irgendwie Filmemacher, FilmemacherInnen als missverstanden oder unsicheren Menschen dann immer framen müssen, weil, naja, wir haben ja jetzt zwei prominente Filme jetzt bekommen, auch mit Megalopolis, wo genau diese Narrative halt auch jetzt stattfindet. Ja, zwei missverstandene Genies. Es ist wie mit Fanservice, ne, also diese, diese metakontextuelle Einbinden der Reaktion auf den Vorgänger oder was auch immer. Es erkennt eh nur eine gewisse Gruppe, die Teil der Bubble ist und die Reaktion überhaupt verfolgt hat und kennt und darüber Bescheid weiß. Er kennt dann die Aufarbeitung auch davon. Die hassen es, genauso wie den meisten Fanservice. Er fällt vor allen Dingen den Fans auf. Die hassen es, wenn es zu plump und zu viel ist. Also, ja, ich stelle auch den Sinn davon irgendwie in Frage, dass das so inflationär benutzt wird. Also hat irgendwer in Rise of Skywalker, wenn Luke Skywalker dann sagt, hier, aber so schmeißt man Lichtwert hier eigentlich nicht rum und so, das hätten wir aber besser nicht gemacht. Dann aufgestanden gesagt, ja, endlich hat er es zurückgenommen. Also, es ist doch Quatsch. Also, es holt doch jeden irgendwie raus. Und ich finde es auch ein ganz, ganz nerviges Phänomen, was jetzt hoffentlich hier aber seinen Höhepunkt gefunden hat, weil noch krasser, als dass der ganze Diskurs nur darum kreist, dass zweieinhalb Stunden Handlungsammerfilm halt für diese Aussage gemacht wurden, für die Korrektur einer Wahrnehmung der Fans. Das ist schon hoffentlich der Höhe und Endpunkt, weil krasser kann man das jetzt auch eigentlich nicht mehr treiben, als dass sich quasi alles auf dieses Argument stützt. Dafür gibt es Pressebeteilungen. Ja, aber ich glaube, jedes Produktionsstudio, was jetzt nicht im Dämmerschlaf ist, das wird ja jetzt mitbekommen, was für ein Flop das ist. Und ich glaube nicht, dass du dann die Fälle haben wirst, dass da Künstlerinnen und Künstler so machen und schalten dürfen, wie sie wollen und dann einfach so ein 200 Millionen Dollar Reddit-Post in die Welt raushauen. Ich glaube schon, dass da jetzt das eine oder andere Studio vielleicht noch ein bisschen genauer drauf schauen wird. Gut, bei Coppola war es ja sowieso was anderes, weil selbst finanziert, der darf sich dann auch selber ein bisschen beweihräuchern und den Film selber besser finden als wir. Aber ich glaube, in anderen Fällen wird das schon so sein, dass da das Studio eher den Daumen drauf hat, als jetzt bei Todd Phillips und Warner. Was ja eigentlich schade ist, dass wir jetzt da rauskommen am Ende mit weniger Freiheit für die Kreativen, mehr Studiokontrolle. Das ist ja, was wir jetzt nicht eigentlich irgendwie proklamieren wollen. Auf keinen Fall. Es ist halt super schade, dass der Film halt wirklich so krass schlecht geworden ist, ist, dass man dieses Resultat, wenn es das denn wäre, wirklich nachvollziehen könnte auf Studio-Seite halt die Investitionen zu beschützen und sowas nicht wieder passieren zu lassen. Aber eigentlich traurig, eigentlich ein trauriges Signal und genau nicht das, was die Branche bereicht. Andererseits, Sony hat jetzt auch gut in Folge zehn Jahre lang ultrabeschissene Filme gemacht durch zu viel Studie-Einmischung. Also die lernen ja auch nicht. Also von daher gucken wir, was so kommt. Brave and the Hunter wird's richten. Ja, und wie gesagt, wir hoffen halt auch einfach, dass dann der Höhepunkt jetzt damit gefunden wird und einfach vielleicht die Konzentration einfach auch bei, gerade bei vielleicht auch Blockbustern, bei höher budgetierten Filmen, da auch vielleicht nach stringenteren Erzählungen auch stattfindet und halt weniger aufs Meta-Modernistische Erzählungen stattfinden. Naja, ich bin gespannt, wo sich das hinbewegt und ich würde sagen, da kommen wir auch mal so zu einem langsamen Fazit. Außer ihr habt noch einen wichtigen Punkt, den ihr noch unbedingt ansprechen wollt. Ansonsten würde ich mit dir, Timo, anfangen. Du hast schon viel gesagt dazu und ich meine, wir werden das im Fazit immer wieder nur wiederholen, aber würdest du eine Empfehlung noch an irgendeinen aussprechen wollen, der unbedingt ins Kino gehen soll und sich Joki, Joki, ja, Joki, Joki anschauen sollte. Ja, also klar, wer sich immer ein eigenes Bild machen möchte, der soll das auch unbedingt tun. Geht ins Kino, unterstützt den Local Kino-Betreiber. Das ist immer ein hehres Ziel und das könnt ihr auch gerne machen. Ich bin, wie gesagt, auch, ich habe gar nicht so viel Hass oder sonstige Vokabeln für solche Filme übrig. Es war am Anfang eine gewisse Gleichgültigkeit, dann redet man kurz nach dem Film bei Kino Plus drüber und sieht so die eine oder andere Sache, die Kollegen anschneiden. Dann redet man im ersten Podcast drüber, dann merkt man so, ja, okay, also ich habe jetzt auch nochmal selber gerade geluschert. Ich habe dem bei Letterboxd ja tatsächlich eine Drei von Fünf gegeben und ich glaube, das ist so ein Film, der heute zwei von Fünf, morgen drei von Fünf, je nachdem, wie man sich gerade fühlt. Und ich habe zu diesem Film, wie ich finde, vieles jetzt gehört. Ich habe vieles selber dazu gesagt und ich kann nur sagen, den Film hat es nie gebraucht. Es war eine Fortsetzung, die auch, also ich weiß nicht, wie geschickt es ist, so häufig zu erzählen bei den Regeln, die in Hollywood gelten. Und ich glaube, Marc oder Daniel hatte das vorhin auch mal gesagt, du bist ja eigentlich immer nur so viel wert wie dein letzter Film. Wenn du halt so ein Milliarden-Dollar-Baby da hattest und dann sagen die Leute, du kriegst nochmal mehr Geld, dann sag doch nicht 50 Mal, nee, nee, ist ein Standalone-Film, sondern halt doch einfach die Backen. Man merkt das ja in der PR bei anderen Dingen. Also ich finde, es gibt nur noch diese Extreme in der Rezeption wie auch in Hollywood. Entweder sagst du, nein, das ist ein für sich stehender Film und schließt kategorisch Fortsetzung aus. Solltest du nie tun. Siehe, Todd Phillips hat sich selber quasi die PR ruiniert. Oder du sagst halt, ja, nee, nee, also es ist schon ein Franchise. Und du denkst so, ja, Leute, gemacht, gemacht. Guck doch mal erstmal, wie er es an der Kasse ankommt. Ich nehme mal als Vergleich, hole ein bisschen aus. Jetzt The White Robot, der in Amerika jetzt, sagen wir mal, eher unterperformt, der bei einem fantastisch toll animierter Film ist, der wirklich alles an Emotionen rauslässt, der fantastisch aussieht, fantastisch klingt, sogar auf Deutsch eine halbwegs vernünftige Synchro hat, überraschenderweise. Und gleichzeitig eine Buchvorlage ist, die zwei Fortsetzungen hat. Also du könntest eigentlich denken, das Ding ist gedruckt. Also Teil 2, Teil 3, bist doch eigentlich schon jetzt, du hörst ja manchmal so im Vorab, die sind schon, haben schon grünes Licht. Und du merkst, glaube ich, wie unsicher Hollywood momentan ist. Weil alles, in Anführungszeichen, nicht alles, aber vieles floppt, bei denen du denkst, bei Sachen, die du denkst, da ist doch eine IP dahinter. Oder das sind fantastische Filme. Oder es ist, also zumindest sind doch die Leute, die den Vorgänger gesehen haben, werden doch nochmal Folie adösig im Kino anschauen. Und dann siehst du die Zahlen von woanders und denkst, oh, nee, doch nicht. Und ich kann es in dem Fall total verstehen, weil ich ja schon gesagt hatte, der Film, also Folie adösig, tritt total inhaltlich auf der Stelle, liefert nichts Neues, ist ein bisschen Etikettenschwindel. Aber wie gesagt, mach doch ihr eigenes Bild, wenn ihr ins Kino geht. Marc, wie sieht es bei dir aus? Ja, das ist schon ziemlich überraschend, welchen ich ihn jetzt empfehlen würde. Wenn man, Oberbeleuchter ist oder wert will, dann kann man ihn gerne gucken, sich währenddessen Floorplans zeichnen, wo welche Lampe steht und dann lernt man auf jeden Fall auch nicht was. Ansonsten ist alles gesagt, es ist wirklich ein Film, der mich irgendwie wütend gemacht hat aus den genannten Gründen. Das ist ein klares Statement. Ja, ich bin froh, dass wir durch diesen Diskurs jetzt einmal durchgegangen sind und auf der anderen Seite beruhigt wieder rauskommen. Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt noch nicht, aber irgendwie meinen Frieden hoffentlich mit dem Film gemacht und alles ist gesagt. Daniel? Der Film bekommt von mir das schlimmste Etikett, was man kriegen kann, nämlich er ist absolut egal und vergessenswürdig. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man dem Film attestieren kann, also bei mir zumindest, weil wenn ein Film außerordentlich schlecht ist, kann ich dem irgendwie was abgewinnen und habe einen gewissen Reiz darüber zu diskutieren, was da schiefgelaufen ist. Wenn ein Film außerordentlich gut ist, dann stellt sich die Frage nicht. Aber bei Joker 2 ist es tatsächlich wirklich so, du kannst ihn dir nicht als Musical-Fan angucken, du kannst ihn dir nicht als Fans des ersten Teils angucken, du kannst ihn dir auch irgendwie als Comic-Fan nicht angucken. Du hast irgendwie keine Zielgruppe, die da richtig bedient wird, wo du halt trotzdem Leute hast, die den gut finden, die aber auch eher damit argumentieren, dass man selber den Film halt nicht verstanden hat und dann nicht argumentieren können, warum der so toll ist. Von daher kann ich mir den aus inszenatorischer Sicht ganz gut geben. Ich finde die erste halbe Stunde schon recht reizvoll und danach verläuft sich's halt. Man hat vieles vergessen. Ich weiß kaum noch, welche Lieder drin vorkommen. Die einzige Musical-Szene, die ich wirklich in Erinnerung habe, ist die vor diesem Hotel Arkham Setting, weil die noch einigermaßen gut aussieht. Aber ansonsten weiß ich halt nicht, wo 200 Millionen Dollar geblieben sind. Und ebenso schnell wie Todd Phillips da die Kohle verbrannt hat, war der Film halt eben bei mir aus dem Gedächtnis auch wieder verschwunden. Nachvollziehbar. Ja, bei mir verläuft es sich ähnlich. Das Einzige, was ich noch mitgeben kann, ist halt, ich habe Angst ein bisschen, was der After-Effekt des ganzen Films sein wird. Wohin gehen wir? Gehen wir jetzt bei den Studios hin? Wo werden sie jetzt mit IPs halt jetzt als nächstes gehen? Wir haben nach Deadpool Wolverine bei Marvel klar gesehen, wo die Kurve hingehen wird, wieder nachdem das Milliarden-Dollar-Projekt kam. Und generell bei Disney mit Inside Out 2 noch dazu. Hier verläuft es sich halt wieder, man wird mit einem Flop daraus mitnehmen. Es wird jetzt kein Film sein, dadurch, Mompropaganda jetzt großartige Zahlen erzielen wird. Eher das Gegenteil der Fall dadurch sein wird. Ich sehe auch keine großen Diskurse, die sich irgendwie noch in zwei Wochen irgendwie wirklich widerspiegeln werden. Ich finde, generell ist der ganze Film ja auch ein fünf Jahre alter Diskurs, der nochmal neu aufgewärmt wird. Hat es irgendwie 2024 noch irgendeinen interessiert, dass wie Joker 1 aufgenommen wurde oder wie problematischer in Anführungsstrichen war, ich fand nicht mehr. Die großen Reaktionen sind auch ausgeblieben. Die großen Leute in Joker-Masken sind ausgeblieben, die jetzt irgendwelche anarchischen Attentate oder sowas begangen haben. Ist auch alles nicht wirklich wahr geworden. Es wirkte alles mehr wie so ein Zufall aufeinandertreffen, was medial geschürte Ängste dann am Ende waren. Und Folie Adel fühlt sich halt dann dementsprechend noch egaler an, weil man nochmal einen fünf Jahre alten Diskurs eben nochmal kommentieren möchte. Und man ist late to the party. Ich glaube, vielleicht hätte es vor vier Jahren, wenn es 2021 nochmal gebracht hätte, vielleicht eine interessantere Reaktion darauf gegeben. Vielleicht hätte es auch Todd Phillips dann mehr Lust gehabt. Aber ich habe eher mehr Angst, dass dann irgendwie, wie Marc das auch schon gesagt hat, irgendwelche kreativeren Freiheiten eingegrenzt werden. Generell wieder Einkürzungen bei anderen Projekten eingegangen werden, dass dann irgendwie die Mid-Budget-Filme eher darunter leiden statt höher budgetierte Filme. Weil der Wahnsinn lässt sich halt eh nicht kontrollieren. Und gleichzeitig schwelgen halt nur noch irgendwelche Erinnerungen an vergoldete Potenziale mal wieder bei Blockbuster-Filmen, was halt ein Trend ist, der sich halt seit Jahren zieht. Ich meine, Blockbuster regen halt kaum einen wirklich noch ins Kino an. Das haben wir schon im letzten Jahr auch schon bei anderen großen Filmen gesehen, dass da die unterperformt haben. Und das ist halt die größte Angst, die eigentlich noch mitschwingt. Was wird daraus jetzt mitgenommen letzten Endes? Weil viel sehe ich da halt einfach nicht mehr. Ja, ich glaube, bei Warner brauchen wir die Angst im Superhelden-Genre erstmal nicht haben, weil du immer noch James Gunn hast, der den Nimbus immer noch hat. Der hat mit Suicide Squad eben einen erfolgreichen Film gemacht. Zwar nicht finanziell, aber bei den Kritiken zumindest. Und bei der Fanbase, dass Warner gesagt, hat, wir vertrauen da, dass du dieses Stift wieder in normale Fahrwasser, in erfolgreiche Fahrwasser lenken kannst. Das heißt, er hat ja aktuell noch die kreative Freiheit und da glaube ich jetzt nicht, dass Joker das irgendwie negativ beeinflussen wird. Das heißt, da würde ich mal abwarten, wie seine ersten Projekte aussehen, wie das hinterher ankommt, gerade der neue Superman-Film, der auch schon wieder den einen oder anderen Fan im Vorhinein aufgebracht hat. Und dann würde ich sagen, aus der Kombination Joker 2 plus die ersten Gun-Projekte, wenn die anlaufen, mal schauen, in welche Richtung das dann bei Warner gehen wird. Wird eine Standortbestimmung auf jeden Fall sein. Und natürlich haben wir auch noch Batman 2, natürlich auch noch irgendwo einen Köcher, der, wir wissen ja noch nicht allzu viel, was das am Ende wird. Wer wird da als Bösewicht präsentiert? Werden wir da jetzt wirklich einen Joker sehen? Welche Comic-Storylines werden dort verwendet? Alles, alles, alles sind ja noch Makulatur letzten Endes. Das wird sich noch zeigen. Genau, den wollte ich auch gerade nennen, den The Batman, der auch ja ziemlich edgy war, allein audiovisuell, ja wirklich sehr außergewöhnlich und mutig und mit einem künstlerischen Ansatz. Genauso, wie ich sagen würde, den Yvel Neff's Dune-Filme ist ja auch Warner und auch ein eher sehr anspruchsvoller künstlerischer Ansatz, der in dem Fall auch mit viel Geld belohnt wurde. Also hoffen wir auch mal, dass das jetzt nicht die Folge ist, dass halt eben dieser speziellere Zugang irgendwie verwehrt wird. Wo man vor allen Dingen, finde ich, als Fazit eher sagen könnte, ich würde auch mir einen Joker 2 gerne angucken, einen Film, der irgendwie, dessen einziger Punkt ist, dass er keinen Punkt machen will, wenn er halt nur 30 Millionen kosten würde. Das wäre eigentlich die perfekte Welt, in der es weniger Einschränkungen gibt und solche Filme hergestellt werden dürfen und existieren können, aber halt nicht für diese Summen einfach, wo auch nachher kein Mensch sagen kann, wo die überhaupt sind. Also es kann gerne einen super edgy Joker geben, der halt genau das machen will oder gar nichts machen will, wenn der halt einen Bruchteil davon kostet und vielleicht ist das ja eine positive Entwicklung, dass wir sagen, wenn wir super abgefahrene Ideen, die potenziell niemandem gefallen, mit einer IP versehen, dann geben wir für nicht ganz so viel Geld aus. Genau, es ist quasi so das Äquivalenz zu, wir machen einen 20 Millionen Dollar James-Bond-Film, wo er am Ende nur die Steuern machen muss. Ja. Und dann nicht die Welt retten kann, aber gut. Tja, ich würde sagen, damit sind wir zu einem stolzen Ende gekommen, wir haben viel über beide Filme reden können, was wir am Ende daraus mitnehmen, wird sich noch in Zukunft zeigen und ja, das Internet und die Debattenkultur drumherum wird sich auch noch weiter entwickeln, wir werden schauen. Ansonsten möchte ich mich bei allen drei für euch für diese wunderbare Diskussion bedanken, wir sind doch am Ende ähnlicher Meinung gewesen und doch haben wir uns nicht die Köpfe abgerissen, weil der eine dann doch der Meinung wäre, man hätte den Film, man würde den Film nicht verstehen, wenn man ihn schlecht finden würde. Am Ende sind wir ja doch alle aufeinander gekommen, zu schade, aber am Ende sind wir dann doch doch noch zu einer immerhin fruchtvollen und ich denke auch differenzierten Debatte auch noch hingekommen. Tja, das andere, was ich noch sagen kann, ist erstmal danke fürs Zuhören an alle unsere ZuhörerInnen und ich hoffe, dass ihr irgendwie vielleicht Spaß an dem Film finden werdet, ansonsten schaut natürlich auch alles andere, was gerade im Kino läuft, Timo hat ja schon den wilden Roboter hochgelobt, das kann ich auch nur von meiner Seite sagen, eines meiner Highlights des Jahres und abonniert natürlich auch weiterhin unsere Kanäle auf Social Media, unseren Podcast natürlich gut bewerten, auch schaut gerne bei Timos Projekten vorbei, dem Tele-Stammtisch als auch gerne bei Kino Plus, wo er auch mal zu Gast ist und auch gerne bei Marc vorbeischauen bei Outside the Club, was sie gerade an Projekten in Köcher haben, das ist ja auch immer ganz spannend, er hat das schon gerade auch mit in der Vorstellung bei Assessment kurz erwähnt, dass sie da in den Projekten mitgewirkt haben, immer wieder interessant, da auch mal aus der VFX-Perspektive da reinzuschauen und ja, mein Name ist Kino Hasic und damit verabschiede ich mich in die Nacht, wie man so schön im Radio sagt und sage tschüss. Ciao, 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 ciao.